ich habe dieses spiel damals gespielt auf der playstation auf dem pc pc ich habe noch die version hier stehen schwarzes ding richtig schöne pc version war glaube ich sogar damals schon remastered es gab so eine remastered version und der director's cut version oder sowas keine ahnung habe ich damals gespielt keine ahnung ein jahr nachdem es rauskam oder so und es ein verdammt verdammt gruseliges spiel vor allem damals typisch resitival 1 so weil man schlechte grafik man kann die kamera nicht bewegen man ist immer panisch weil man kaum was kann und sowas aber es ist nicht so dass dir einfach eine schrotwinte gegeben wird und schießt dich durch sondern du hast ein stück holzplanke das kommt auch in mein youtube video archiv da habe ich so ein bisschen überlegt ob ich aufhören soll die nicht pokémon sachen ins archiv zu packen aber ich glaube ich pack's ins archiv ja ich mach nur aus dass abonnenten bescheid kriegen aber es ist im archiv glaube ich drin aber auch hier auf 60 tage lang was wollen sie mir jetzt hier verkaufen hallo beast werden eigentlich hat jetzt evoli hast jetzt heute noch ein streak mehr gekriegt also hast du heute zwei streaks gekriegt weil zwei streams an einem tag oder ist es immer noch ein streak weil es der gleiche tag ist kann man das mit der stream serie in den belohnungen einstellen ja am anfang war das noch nicht einstellbar da konnte man sich ausmachen ich wollte sofort ausmachen inzwischen kann man es ausmachen aber inzwischen haben leute hier streaks von 200 serien dass ich es irgendwie nicht mich traue auszumachen aber ja wahrscheinlich machen sie streamer aus weil die nachricht jedes mal nervt und viele zuschauer nervt die nachricht auch hallo asrael this game contents content of themes of domestic violence leute emotional abuse sexual assault suicide mental illness child abuse and other mature themes also so ein gutes gutes spiel und wir sind gleich bei den toiletten wie immer ich spiele alles auf englisch es tut mir leid text language englisch audio englisch wir können die text language auf deutsch stellen stellen wenn ihr wollt man kann es auf japanisch spielen englisch ist okay wir stellen den text auf deutsch okay 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 grafik priorität also ich bin ja so ein mensch der einen scheiß auf fps legt aber ich habe auch gehört dass es kaum unterschied macht grafisch und hier sind hier auf twitch schnell also bei 60 frames hat es glaube ich das spiel maximal auf leistung die leute ihre ruhe haben ich verstehe sowas nie in spielen aber so ist okay oder ich meine ich habe ein bisschen schiss weg wir müssen wir müssen genug sehen ne ne anscheinend macht das spiel das sehr gut mit der dunkelheit dass es richtig fucking creepy ist ich würde fast sagen so aber jedem sieht das anders aus sollen wir hier noch irgendwas machen ich lass erstmal alles so eine sache müssen wir umstellen ich bin doch old school magnetische zielhilfe magnetisch aus mit vibration es gibt quicktime events stimmt bei bossen gab es die ich muss gefälligst die kamera invertieren hallo kann ich nicht kamera invertieren please untertitel anzeigen na gut nonverbal untertitel bitte nicht wie untertitel namen ein musst du hören so viel untertitel zeug krass besser ist es ich habe keine ahnung wegen der kamera ein bisschen angst dass ich die kamera nicht invertieren kann dann kriegt die grenze aber das kann nicht sein keine ahnung wir schauen mal hallo prani zwei streams gut 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 kann man das mit der sg ach so sorry äh taristos dankeschön dass du deinen sub geschenkt hast bringen wir los wenn es einen schwierigkeitsgrad gibt ich stelle sofort auf einfach ist dieses helle licht da hinten eigentlich nervig würde ich das ausmachen ja oder besser soll ich ein bisschen mich zeigen so gar nicht ein bisschen bin ready for some stille hügel halloween ist doch erst noch halloween spuktober der beginnt am 1. oktober ich bin schon spät dran neun tage bin ich zu spät spuktober oh es gibt so mehrere schwierige jetzt gerade james maske die gibt es jetzt schon für was wir können nicht jetzt schon mit dem hund rumlaufen ich kenne das ende ich kenne alle enden dieser hund ist großartig ok wir machen alles auf standard grafik modus 90er 90er gefällt mir sogar ziemlich gut ne passt schon ne passt schon ok resident evil moment silent hill dos wenig zeigen nichts gegen dein gesicht beschwert euch wenn irgendwas zu laut oder zu leise ist oder zu hell zu dunkel eigentlich habe ich das da oben schon eingestellt was passiert ich habe wenig erinnung an das spiel ich habe es auf platin damals gemacht auf der playstation 3 und auf dem pc gespielt aber noch mal platin gemacht also sehr oft sehr schnell durchspielen müssen speedrun mäßig und sowas aber ich habe alles vergessen ich weiß noch die story grob ich weiß nicht wann was passiert ich weiß nicht was es geht ich glaube ich weiß das ende noch ein paar enden sind unterschiedlich aber grob ist die story immer gleich gewesen ja es ist halt krass er sah schon immer lion ähnlich die musik ist die musik macht gleich gänse auf die musik ist so creepy die musik war schon immer so widerlich dieses bester im hintergrund so creepy irgendwie wirst du das durchspielen on air ich glaube schon die musik keine ahnung was an diesem dissonanten tönen irgendwas geht in die wirbelsäule hinten so in my restless dreams oh yeah i see that town oh yeah silent hill you promised you'd take me there again someday but you never did well i'm alone there now in our special place waiting for you was sind diese schwarzen stellen die da rumfliegen also sind es grafikfehler da im wasser ich habe nämlich gehört dass es grafikfehler in wasserspiegelungen gibt i got a letter the name on the envelope said mary my dead wife's name oh sorry my dead wife's name it's ridiculous couldn't possibly be true that's what i keep telling myself mary died of that damn disease three years ago so then why am i looking for her our special place what could you mean this whole town was our special place could mary really be here is she really alive waiting for me oh god bitte 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 lass mich anstellen warum warum kann ich das gerade nicht anstellen bitte gib mir invertierte hier jetzt hier 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 zielinvertierung an zielspiegelung nein kameraempfindlichkeit kamerainvertierung aber ist spiegelung und invertierung was anderes adaptive trigger bitte nicht okay so passt ähm damals glaube ich ich weiß gar nicht was kam zuerst raus resident evil 2 oder silent hill 2 ich glaube silent hill 2 kam später ich glaube resident evil 2 ist die läuft mal oh mein gott chill ähm ich glaube resident evil 2 ist älter ich finde es auch schon man kann ihn nicht anschauen ich kann mich nicht ich kann die kamera nicht drehen ähm damals glaube ich hat das schon gestört wobei nicht resident evil 2 resident evil 4 leon kennedy ist erst mal in 4 vorgekommen oder ist leon kennedy ne leon kennedy ist im zweiten teil vorgekommen stimmt schon aber ich finde auch er ist viel zu ähnlich ihm also das gesicht an sich nicht aber allein die frisur sagt sofort hey das ist doch leon oder das ist auch noch ein ähnliches spiel ich weiß noch nicht wie ich laufen kann ich glaube ich kann noch nicht laufen oder auch auf l1 okay random er ist aber nicht leon oder nein das ist james james hat seine frau vor jahren verloren tot aber er hat einen brief bekommen von seiner frau dass sie an einem speziellen ort auf ihn wartet und ich weiß nicht was diese ist das sind das sollen das ich glaube das sind diese grafikfehler von denen geredet wurde dass dunkle spiegelungen im gras äh im wasser aussehen wie so kleine rustierchen aus ghibli ob das weg wäre wenn ich auf grafik stelle kann ich das hier machen oder muss ich das spiel neu starten ich musste nicht das spiel neu starten ich habe das gefühl es ist besser es gibt viele pfützen in dem spiel okay ich lasse mal auf qualität keine Ahnung ist das auch sowas mit zombies nicht wirklich zombies aber ja wirst du gleich sehen was hast du für eine gpu leon äh leon hier hat eine 480 ein video zu hause stehen ich persönlich spiele auf der ps5 aber er ist james nicht leon leon ist der aus resident evil willst du das sehen magst du kein horror wenn du kein horror magst dann ist das hier gar nichts für dich weil das ist eins der wirklich creepiesten spiele und widerlich hallo zombie pirate girl die resident evil remakes sind pervers gut ich würde sagen man kann nie die originale gut nachmachen weil die steuerung und alles das ist so schlecht oder hat dafür gesorgt dass es so creepy war aber ich glaube besser als 2 und 4 gemacht wurden hätte man es nicht machen können glaube ich ach die speicherstände waren dieser fette rote bildschirm ich erinnere mich aber das war glaube ich in jedem resident evil das ist so dieses so wie viele spiele etwas haben was viele spiele ja haben so irgendetwas was sie durch alle teile durch ausmacht so wie bei resident evil auch die schreibmaschine oder sowas das ist hier diese diese rote dieses rote papier der reh 8 habe ich mir in die hose gemacht ne resident evil 8 finde ich ist so wie 4 wieder das ist nicht gruselig aber halt geil aber resident evil 7 habe ich mir in die hose gemacht am anfang hey es ist dieses eine mädchen mädchen ist auch gut habe ich nicht den namen ausgemacht mädchen doppelpunkt thanks Aber ich denke, du solltest nachdenken. Diese Stadt, da ist etwas falsch. Und es ist nicht nur die Fog. Ist es gefährlich? Vielleicht. Es ist schwer zu erklären, aber... Ich werde vorsichtig sein. Ich bin nicht lieb. Nein, ich glaube dir. Es ist einfach... Ich denke, dass ich wirklich nicht egal, ob es gefährlich ist oder nicht. Ich gehe auch. Aber warum? Ich schaue... Meine Frau. Ich bin jemanden. Ich bin jemanden sehr wichtig. Ich bin jemanden. 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 Es ist so lange, wenn ich sie gesehen habe. Ich dachte... Mein Vater und mein Bruder waren hier. Aber ich kann sie auch nicht finden. Entschuldigung, das ist nicht dein Problem. Nein, ich... Ich hoffe, dass du sie findest. Ja, ich auch. Ja, du auch. Ja, die Frisur ist das, was ihn zum Leon macht. Das Gesicht ist komplett anders. Aber du siehst ihn halt die ganze Zeit nur von hinten. Das könnte halt wirklich gerade Resident Evil 4 sein. Von hinten. Du hast das Spiel schon durch. Du kannst mich... Du spoilerst mich aber nicht. Du, ich habe das Spiel vor 15 Jahren schon gespielt. Du kannst mich nicht wirklich spoilern. Aber... Trotzdem. Für die anderen, ne? Wenn jemand hier alles sehen möchte. Ich würde auch sagen, dass... Ich meine, es muss eine Konkurrenz zu Resident Evil gewesen sein damals. Weil das beide Spooky-Spiele sind. Aber ich würde auch sagen, dass die komplett unterschiedlich sind. Weil das hier ist eher so Psycho-Horror. Und Resident Evil war schon immer, naja, Zombie. Pass auf, beim um die Ecke gehen. Gore. Aber hier ist auch viel Gore und so. Aber hier ist vor allem... Die Story ist eher psychologisch. Also psychisch. Und sowas geht auf die Psyche. Und die Themen, die sie ansprechen, sind sehr krank. Aber... Und Resident Evil ist eine ziemlich basic... Zombies. Überlebe. Story. Okay, ich muss einfach nur daneben und dagegen gehen. Ist das hier mit Jumpscares? Ja, aber... Ich würde sagen, keine so programmierten Jumpscares. Sondern die Jumpscares kommen... Kommen... Dadurch, dass ich um eine Ecke gehe und da steht was. Aber es ist nicht so, dass auf einmal... Laut... Laut... Ein Gegner... Den ganzen Bildschirm einnimmt und dich anschreit. Aber es ist eher so dieses... Ja... Wahrscheinlich sind auch Jumpscares drin, ja. Und ja, hier gibt es die Gegner mit den Doppelunterleiben. Nicht da rein. Fun Fact... Der Spiel... Der Nebel in dem Spiel ist auch im Original so. Aber im Original ist der Nebel da, weil das ein sehr altes Spiel ist und damals man noch nicht so weit die Grafik programmieren wollte, konnte, sollte. Deswegen sie ganz viel Nebel gemacht haben, sodass du immer nur so zwei Meter vor dich sehen konntest. Aber das hat dazu beigetragen, dass das Spiel so unfassbar creepy ist, weil du nicht weiter als drei Meter gucken kannst. Und das ist natürlich so geblieben. Nur inzwischen könnte man den Nebel wegmachen, rein technisch gesehen. Aber warum? Das ist Silent Hill. Nebel, du kannst nicht weit gucken. Dieser Bereich hier ist glaube ich neu, oder? Sind wir nicht damals direkt runter zur Stadt gegangen? Und jetzt sind wir in so einer Mühle? Die Musik ist schon großartig wieder. Wird das unsere Partnerin? Wir haben keine... Na? Wir haben eine Partnerin, aber das war sie nicht. Wir haben eine Ashley, ja. Wie? Jetzt schon was suchen gehen? Ach, da ist ein Ding. Kann ich schon irgendwie... Ah, da ist der Brief. Achso, das war das, was sie vorhin gesagt hat. Okay. Foto von Mary. Oh mein Gott, sie haben sie anders gemacht. Umdrehen. Mary war blond damals. Und ich kann euch später sagen, warum sie wahrscheinlich jetzt braunhaarig ist. Das... aber... aber das war absichtlich damals verwirrend. Und... Warum haben sie das geändert? Ich bin in die Stadt gefahren, um das Fenster reparieren zu lassen. Der Zweitschlüssel liegt in der Schublade. Easy. Schublade. Keine Angst, wir müssen erst Angst haben, sobald wir ein Radio finden. Okay. Okay, das ist ein bisschen sehr dunkel. Chill. Was? Schlüssel. Sexy Playboy Sachen. Nice, nice, nice. Also wenn ich mich richtig erinnere, dann... dauert das noch ein bisschen, ein bisschen Radio finden. Weil sie beim Friseur war? Genau. Genau. Silent Hill 2 hat sich nochmal abgehoben in der Serie. Also ich habe nur 2 und 3 gespielt. Ne, stimmt nicht. Ich habe auch... Downpour, glaube ich heißt es. Downpour gespielt. Und es gab ja noch viel mehr. Die waren alle relativ große Flops, ne? Nach 2 und 3. 3 war auch schon nicht so gut. Aber nach 1 soll ja noch saugut sein. Oh, hier ist... Hier, okay. Jetzt ist schon das Radio, glaube ich. Vielleicht. 1 soll noch gut sein. Habe ich aber nur den Anfang mal gespielt. Aber dann gab es nur so Flops. Die alle nicht dieses Feeling von 2 und 1 und 3 hatten. Aber jetzt mit den Neuen, die rauskommen sollen, wird das vielleicht wieder anders. Wollen wir da reingehen? Hallo? Nein? Okay. Dann ist das doch nicht die Stelle. Die Stelle, die ich meine, ist glaube ich auf der Brücke oben. Silenzium. Okay. Also man merkt jetzt schon, sie haben das Spiel... Aber das habe ich auch gehört. Sie haben das Spiel vergrößert auf jeden Fall. Weil diese Bereiche, glaube ich, hier gab es alle so gar nicht. So Stimmungsteile, die... Wo nichts passiert. Wo man einfach... Wo die Stimmung aufgebaut wird. Hallo Nico. Und hallo MacBossly. Hallo, hallo. Hat Silent Hill mal den Nebel weggemacht? Ich kann mich nicht mehr erinnern. Ich habe dieses Downpour auch platiniert. Aber ich kann mich echt nicht mehr daran erinnern. Ich erinnere mich noch an Charaktere, aber ich weiß nicht mehr, ob da Nebel war. Ey, ich muss da Nebel sein. Du kannst selber diese Spiele nicht spielen. Aber ich finde, nur selber machen sie Spaß. Beziehungsweise, ich finde, wenn man ein Horrorspiel kennt und man schaut einem Streamer dabei zu und man weiß, dass da Stellen kommen und man wartet darauf, dass der Streamer sich erschreckt, das ist halt auch cool. Du wirst schon, also du wirst alles sehen, Mariko, wenn du noch ein bisschen zuguckst, wirst du sehen, warum Radio, warum die Frau braune Haare hat und nicht mehr blonde. Passiert alles relativ am Anfang, glaube ich. Dämliche Eskort-Mission-Komponente. Nee, die Frau, die wir hier als Begleitung haben, ist nicht wirklich Teil... Also ich glaube, wir müssen sie nicht retten oder sowas. Ist halt da. Karte, sehr wichtig. Und deswegen habe ich mich gefreut, das zu spielen. Weil damals war es halt echt Horror, sich zurechtzufinden. Und das ist aber, das ist Silent Hill, ne? Sich zurechtfinden zu müssen. Weil das Spiel ist extrem... ...Rätsel. Definitiv mehr Rätsel, krasser Rätsel als in Resident Evil. Oh krass, man, man kann überall reingehen. Ich warte immer auf so eine Aktion, so wie öffnen oder sowas. Man kann einfach reingehen. Man kann einfach reingehen. Oh Gott, das bin ich erschrocken, weil ich Kreis gespammt habe. Also das sollte ich noch gar nicht können, dieses saukrasse Ausweichen. Ähm... Was wollte ich sagen? Rot und Weiß ist Hochzeit, ne? Man soll nicht rot, man soll nicht weiß tragen. Was ist das? Achso, Schleim, James. Schleim. Was soll ich jetzt sagen? Ah ja, also... Silent Hill ist halt bekannt dafür, dass du halt so eine Karte hast. Und du findest jetzt zum Beispiel in dem Café Amerika einen Schlüssel, wo drauf steht 23 und dann drei Straßen weiter findest du ein Hotelzimmer mit der 23. Und du musst selber verstehen, dass du den Schlüssel dafür suchen musst und einsetzen musst und sowas. Also es ist richtig mies so suchen und zurechtfinden. Und damals gab es halt nicht wirklich... Es gab eine Karte, aber die war nicht sehr genau, unübersichtlich und sowas. Und jetzt ist es halt auf jeden Fall modernisiert, dass ich einfach so machen kann und eine Karte sehe und meinen Pfeil sehe, wo ich selber auch bin und das Menü und sowas. Darauf habe ich mich gefreut, weil das hat damals die Silent Hill Spiele echt hart gemacht. Also so, ach, so klobig. Aber halt auch vielleicht so halt, dass man halt wirklich Schiss hat die ganze Zeit, weil man sich verläuft die ganze Zeit. Aber ich werde mich bestimmt auch genug verlaufen. Was war denn dieser Nebel? So habe ich irgendeinen Hinweis gekriegt, wo ich hin soll? Weil aus meiner Erinnerung sollte ich jetzt da runter gehen zur Soul Street. Oder hoch? Ah, keine Ahnung. Wir gehen einfach mal. Das ist schon wieder typisch. Einfach gehen. Das ist halt diese fette Stadt hier. Ich weiß nicht genau, wo ich lang soll. Weil hier... Jetzt stopp. Und da denkt man sich auch, wieso, mein lieber James, bist du jetzt noch hier? Wenn ich in einer Stadt wäre, die so aussieht, würde ich nach Hause gehen. Es gibt keinen Grund zu denken, dass deine Frau in dieser Stadt jetzt auf dich wartet. Warum? Eindeutig ist hier was Schlimmes passiert, weswegen einfach alles abgeschirmt ist. Was? Ist hier was? Mr. James. James. Okay, keinen... Ich glaube, in diese dunklen, wenn ich da jetzt reingehen kann. Okay. Closed. Na klar. Hallo Hedge Goodman, Mauslo, vielen Dank für ein Jahr. Vielen Dank. Gab es dazu einen Spielberater? Bestimmt. Bestimmt. Aber ich bin damals auch auf alles allein gekommen. Wobei ich hab... Bestimmt hier und da das Internet einmal gefragt oder so. Ich glaube, am Anfang muss ich noch nicht wirklich in Häuser gehen. Ich muss jetzt nur... Gibt's irgendwo ein... Achso, ich muss der Spur folgen wahrscheinlich. Okay, folgen wir der Spur. Boo, erschrick mich nicht so. Gab es zu der Zeit schon Google? Das Spiel ist von 2000, nicht... Oh, da. Geht los. Nicht 1980? Hey! Wait! Mhm. Rabababam, rabababam. Dankeschön, Nico. Dankeschön für die Nachricht. Sorry, hab ich erst jetzt gelesen. Dankeschön. Okay. Fuck dich, shit am Mount. Okay. Fuck dich, shit am Mount. Okay. Kann ich langsam gehen oder wollt ihr, dass ich schnell gehe? Immer dahin gehen, wo das Geräusch ist. Ich mach schon mal ein bisschen leiser. Das ist nur ein kleiner Hund, der sich verlaufen hat, Leute. Wir werden ihn retten. Wir werden den kleinen Hund jetzt retten. Und dann finden wir unsere Frau, die seit Jahren tot ist. Und sie sagt, buh, James, haha, ich hab dich reingelegt, ich lebe noch. Also, haha, typisch. Typisch, Mary. Oh. Können wir nicht da lang gehen? Aber das ist krass, weil natürlich sieht man, dass man hier durchgehen kann. Aber ich find's jetzt nicht so krass offensichtlich, dass man da durchgehen kann. Es ist jetzt nicht so, Spiel, hier, äh, knallrot oder gelbe, ne gelbe Türklinke, dass man sie sofort sieht. Es ist überraschend alles sehr homogen, sodass du echt nicht sagst, okay, ich muss jetzt da lang gehen, ich muss jetzt da lang gehen. Sondern es ist wirklich ein, also im Moment folgen wir einer fetten, ekligen Schleimspur. Also, es ist auf jeden Fall etwas Leitendes hier, aber es ist jetzt nicht so, dass die Tür jetzt so offensichtlich war. Das ist aber komplett neu, das war nicht so der Anfang. Das Spiel war nicht am Anfang so damals. Es war keine Garage, das war eine Brücke und dahinter so ein Zaun und so. Alles ist anders. Diese kranken, kleinen Japaner, Maury Dieben, halt die Klappe, sowas sagt man nicht. Wie ich erschreckt, ey. Was geht schon los? Hallo, Michael. Wir gucken uns nicht um, wir laufen direkt zum Speicherpunkt. Gibt es wirklich kein Autosave? Oh, es gibt bestimmt Autosave, oder? Die können doch nicht hier Autosave ab, also nicht einetabliert haben, nicht eingeführt haben. Hm. Dann finde ich die Taschenlampe. Ich hätte gerne die Taschenlampe. Da. Hört ihr es? Da ist es. Da ist es. Das heißt, jetzt geht's los. Das heißt, jetzt geht's. Ja. Mit drei extra fetten Nägeln. Wie? Wie? Okay, er hat zwei. Stampf. 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 Ich. Will. Heim. Was war das Ding? Nach Hause. Telefonieren. Ihr glaubt doch nicht, dass er jetzt umdreht. Jetzt hat er erst richtig Bock, der kranke James. Ah krass, das wird einem nicht, gar nichts gezeigt. Aber gut, ich merke, äh, wenn da irgendwo ein kleiner Schlitz ist, dann müssen wir immer X-Spammen, um da irgendwie durchzukommen. Hier schießt's, äh, hier Heilung. Na, ich wurde nicht getroffen, ich benutze hier gar nichts. Am Ende ist Soul Slagg. Huah. 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 Das nächste fange ich und bring's nicht um. Okay, ich probier's. Bin dann so wie... Mechon aus Walking Dead und hab so zwei... Ohne Kiefer neben mir laufen. Außerdem genau, das ist ein... Shiny-Only-Run. Alles, was nicht shiny ist, muss ich umbringen. James. James. Mary. Also deswegen mit dem Radio hab ich gesagt, weil in Silent Hill kriegst du immer ein Radio. Und wenn dieses Radio Geräusche macht, heißt das, dass ein Gegner in der Nähe ist. Was sehr creepy ist. Weil auf einmal geht da ein Radio an und dann weißt du, irgendwo ist ein Gegner. Deswegen musst du immer zuerst das Radio finden, bevor die Gegner wirklich... bevor du eigentlich kämpst. Ich glaub, es ist bei jedem Silent Hill so. Hier auf jeden Fall. Aber ich fühl mich auf jeden Fall noch mehr verloren in diesem Spiel. Es sieht alles so... Es sieht alles so unglaublich gleich aus. Und ich kann ja auch, wie ich gemerkt hab, überall einfach reingehen. Zumindest ist da kein weißer kleiner Punkt, der mir sagt, dass ich da hingehen kann. So ist es einfach diese... War hier nicht gerade ein Hund? Wahrscheinlich ist der ausgebrochen, der Hund und ist weggelaufen, weil er Angst vor mir hat und meinem fetten Stück Holz. Hey, Drarot. Hallo. Kann man schnell sich umdrehen irgendwie? Ist irgendwie eine schnelle Umdrehtaste oder so? Zum Weglaufen. Nicht Dreieck drücken, das ist Heilen. Ah, R1. R1 dreht einfach um. Hui. So kann ich sogar James mal ins Gesicht gucken. Ist kein Liren. Liren. Auf Geräusche zu machen, immer wenn ich welche wegdrehe. Oder soll ich zum Geräusch? Was? Überall kommen Geräusche her. Wenn ihr Kopfhörer auf habt, dann sind die echt immer woanders. Wo ist das Viech? Okay, da ist eins. Mein Radio geht gar nicht an. Mein Radio ist echt nicht an. Haben die das geändert? Ah doch, mein Radio geht aber ganz schön spät. Wow. Das will mal ausweichen. Geht denn ein Brett in mein Kaputt? Stampfen heißt immer, dass es, glaube ich, besiegt ist. Aber nicht sicher. Nicht sicher. Bin mir immer noch nicht sicher. Okay. Das Geräusch sagt, dass es besiegt ist. Da ist noch eins. So, Radio geht an. Viel zu spät. Ich gerade... Ich gerade... Wait, hat das Ding Plateauschuhe an? Jetzt check ich's erst. Sehen die eigentlich alle immer noch exakt gleich aus? Oder haben die mal ein bisschen Unterschiede reingebracht? So, die hat Plateauschuhe an. Aber falls ihr es nicht merkt, das Thema bei den Gegnern sind meistens, also Krankenhaus. Also das ist, glaube ich, so eine Art Zwangsjacke. Und es ist halt... Also es soll eine Zwangsjacke darstellen. Aber natürlich ist das alles Fleisch und so. Es ist jetzt nicht, dass es wirklich eine Zwangsjacke noch ist. Nein, ich laufe einfach mal geradeaus. Ich weiß nicht genau. Also ich habe jetzt nicht wirklich einen roten Faden, wo ich langen kann, soll... möchte. Warum schon wieder Gegner? Krieg ich wenigstens XP dafür. Ah! Nein! Gott, ich würde ja nicht aufhören zu stampfen. Ich würde so Angst haben. Ich würde so tausendmal sicher gehen. Vielleicht beim zehnten Gegner dann nicht mehr. Aber... Aber jetzt zum Beispiel ist einfach eine Tür, wo ich reingehen kann. Wahrscheinlich. Nee, hier ist eben ein Schlüssel. Und diesen Schlüssel werde ich irgendwo finden. Ich muss mich dann erinnern. Ah, den könnte ich da benutzen. You gotta leave. Meet me there. Okay. Beim Café Texas. War ich nicht vorhin beim Café Texas? Wahrscheinlich ist der Schlüssel hierfür eben im Café Texas. Und der... Was ist das für Geräusche? Ein Café Texas ist da. Das ist eben eingekreist. Das heißt, ich sollte versuchen, da hinzugehen. Ich kann mir auch noch mehr anschauen. Hast du nicht was mit einem Hotel vorhin gesagt? Oder einem Auto? Du hast doch Schlüssel gefunden. Schlüssel habe ich gefunden für die Tür nebenan. Die habe ich schon längst genutzt. Wow. Mein erster Hit. Mein zweiter Hit. Jetzt ist mein Rand schon rot. Nach zwei Treffern. Der lebt noch. Der lebt noch. Nein? Okay. Hier an die Stelle kann ich mich erinnern. Albträume lauern hinter der Tür, die in der Dunkelheit erwacht. Ja. Die Tür werden wir noch betreten. I remember. I remember. Die Geräusche sind gewillt. Ja. Aber ich habe keinen Schlüssel. Der Schlüssel, den ich habe, der ist... Den habe ich ja sofort benutzt. Für das Tor daneben. Aber ich gehe zum Café. Aber ja, Hotel und so. Ich muss eh alles einmal anschauen und so, dass ich die ganze Karte mal... Wow. Was ist das für ein kleines Ding? Warum gehst du an? Warum ist das... Warum ist das Radio an? Das Radio an wegen dem kleinen Ding da? Wow. Das war ein fetter, so ein... Wie heißen die? So ein Hirschkäfer. Ich dachte mir so, das ist nur eine kleine Ratte. Wollen wir ran? Ich glaube, Kaffee... Einfach da. Komm ich nicht daher? Lebst du noch? Habe ich dich umgebracht? Ich traue dem nicht. Ich glaube, meine Waffen halten für immer unendlich aus. Ich komme ja doch her, wenn ich da... Okay. Ich glaube, ich war in diesem Café. Er hat die Waffe automatisch weggesteckt. Vielleicht... Vielleicht... Wo? Wo? Wo denn? Ist hier wieder ein dummer Hirschkäfer. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der Käfer? Wo ist der Käfer? Oh. Da. Also, dass die Käfer auch das Radio anmachen. Ja, die Grafik ein paar... Also, es hat schon echt grafische Probleme. Was, 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 was? Was, was, was? Wo, 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 wo denn? Oh mein Gott, es kommt hier reingekrabbelt. Was, 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 was? Was, 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 was... Ich will die Lampe endlich finden. Aber das ist auch nicht das Café. Ich muss doch überall wenigstens irgendwas finden können. Ja, das ging früher nicht, dass du einfach so rein und raus kannst. Okay, da drüben. Nee. Uff. Ähm, interessant. Nicht wirklich interessant. Nee, 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 nicht interessant. I'm here to lead, not to read. Immer geil, wenn man Sachen aufmacht und da ist nichts drin. Ist jetzt hier auch nichts. Es ist einfach ein Raum, der unglaublich schön aussieht und nichts irgendwie drin ist. Okay, wo ist dieses Café jetzt? Ja. Da war ich da, glaube ich, doch nicht drin. Hier. Oh, 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 oh. Du bist so unter dem Auto. Du bist so unter dem Auto. Du bist so unter dem Auto. Da bist du. Ich seh dich doch und denke, ich hab'n Kopf. Was? Was? Warum hast du die Scheiben von dem Ding kaputt? Okay, ich war zu schnell. Ich muss erst rauskommen lassen. Ich seh'n Kopf, ey. Ich seh'n Kopf, ey. Ist das die Kotze, die immer noch so am Säuren ist? Okay, da ist das Café, oder? James braucht keine Türen. James hat Holz. Ich und mein Holz. So, nach meiner Logik wär' jetzt hier ein Schlüssel, weil die eine Person ein Schlüssel... Ich brauch'n Schlüssel und da stand, man soll sich hier treffen und da ist das. Oh, da ist ein Schlüssel. Ich hör' doch da was. Warum krabbelt ihr eigentlich? Ich hab' auch keine Chance am Boden. Meine Güte. Okay, was war das jetzt für eine Münze? Ich hatte gerade keine Zeit. Ich hatte doch keine Zeit. Münze aus der Nili Bar. Eine Münze, die das Logo der Nili Bar eingeprägt hat. Aha. Also, jetzt in die Nili Bar. Aber hier war nicht wirklich noch mehr. Code. Ist das gleiche. Spill the beans. Okay. Du hast vergessen nachzutreten. Ich trete die ganze Zeit. Wie viele Tritt soll ich denn jedes Mal mindestens geben? Da ist jetzt die Nili Bar eingezeichnet. Tatsächlich. Okay. Da nach rechts bin ich noch nicht gegangen, oder? Okay. Okay. 20 Mal, 7 Mal treten. Wisst ihr, wie viele Gegner es hier gibt? Oh, come on, James. Hallo? Nicht in den Speicherpunkt rein. Da war ich hier schon. Okay, tschüss. Warum soll ich denn dann hier... Achso, das sind die Spe... Diese fetten Vierecke sind Speicherpunkte. Okay. Das soll ruhig krabbeln. Prob dich aus, mein kleiner Krabbler. Im Speedrun, oder halt wenn du wirklich schnell das Spiel durchspielen willst, dann lässt du die alle links liegen. Du rennst einfach... Du bist schneller als die. Du rennst die ganze Zeit an denen vorbei. Groovy Musik. Big J's. Big J's? J? Der Mann war wieder hier. Ich habe ihn gewarnt, nicht mehr herzukommen. Er hat so getan, als wüsste er nicht, wovon ich rede. Dann ist er aufgestanden und gegangen. Er hat mir keine Probleme gemacht. Aber irgendwie fand ich ihn trotzdem gruselig. Wenn ich ihn ansehe, habe ich das Gefühl, eine Maske anzuschauen. Und was auch immer darunter ist, warte nur darauf herauszukommen. Ich will nicht dabei sein, wenn das passiert. Man kann ihn ignorieren, ja? Manchmal bist du... Wir werden halt auch viel in Räumen drin sein, und dann kannst du sie nicht mehr ignorieren. Aber hier draußen... Kann ich das nehmen, bitte? Zurück? Ja, okay. Die Musik ist schon... Es ist die ganze Zeit das Gleiche, und vor allem... ist die Musik einfach... Es passiert einfach random, dieses Gequietsche. Oh, hallo. Ich würde gerne meine Lampe langsam finden. Ich sehe nicht mal was. Hey, wie viele Schläge halten sie aus? Schön trinken. Okay, wir sind immer noch in Big J's, glaube ich. Ich muss echt mal... Also wenn ich zufällig... Also es kann nicht sein, dass ich an der Lampe vorbeigegangen bin, oder? Die Lampe ist so essentiell, die kann man nicht verpassen, glaube ich. Ich hätte sie gern. Alles gut, Leon. Alles gut, James. Leon. Kann es sein, dass ich... Oh Gott. Ich sehe nichts. Ah, hier geht's lang. Nee, hier geht's nicht lang. Hier geht's lang. Eine Treppe. Nee. Bin ich jetzt irgendwo anders? Nö. Ich kann auch einfach direkt zum Hotel gehen. Ähm... Blue Creek Apartments, Groovy Music, Lucky Jade, Soul Street Apartments, Happy Burger. Aber hier steht nirgendwas. von einem Hotel. Waren wir hier drin? Hier ist zu, ne? Hier ist zu. Gott. Ist rumgelaufen. Ruby Music. Happy Burger. Ich hatte Angst. Ich hatte so Angst. Albträume lauern hinter der Tür, die in der Dunkelheit erwacht. Wie werde ich in Irland gerufen? Leo. Also ich stelle mich mit Leo vor. Ich heiße ja Leo. Englisch. Ich komme hier noch gar nicht rein. Groovy Music. Groovy Music. Das ist markiert, also kann ich da auch rein, oder? Da bin ich aber weggelaufen von den Gegnern. Aber jetzt sind hier natürlich welche und so. Das ist halt jetzt schon ein Problem. Neben. Hier steht hinter mir einer. Der krabbelt weg. Ich sehe kaum was. Ich sehe ihn halt echt nicht. Ich sehe ihn nicht. Ich weiß nicht, wo er hinkrabbelt. Wäre ausgekrabbelt? Nee. Ai, 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 ai. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Der schuppt. Das ist gefährlich mit sieben. Oh Gott, das ist gekoppelt. Der ist jetzt nicht geschenkt, die ist so... Boah. Okay. Das war jetzt auch blöd, dass ich da einfach reingerannt bin und so. Aber es ist jetzt... Die Kämpfe sind jetzt nicht unbedingt geschenkt, ja? Vor allem, wie die so sackend viel aushalten. Ich brauche es. Ich erkenne nichts. Lass dich von der Musik mitreißen, finde die Melodie deiner Träume und schwing das Tanzbein. Oi, Oi, Captain. I can't hear you. Vinylkleber. Kann ich damit... Kann ich damit meine... Ah, okay. Ich dachte gerade, ich kann damit meine Wunden zukleben. Das macht man so, ja? Vielleicht nicht mit Vinylkleber, aber... In Silent Hill. Also jetzt noch eine andere Hälfte Vinyl finden und dann irgendwo einlegen für einen nicen Tune. Die muss doch dann hier sein, oder? Warum sollte woanders eine... Oh nee, da draußen ist schon wieder was, ey. Ich verreck, wenn er jetzt in was kommt. Oh. Ich verreck doch. Ich laufe raus, ich laufe raus, ich laufe raus. Wölfe, das ist nicht. Ich laufe raus, ich laufe raus, ich laufe raus. Wölfe. 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 Groovy Music abgehakt. Kaffee abgehakt. Neil Barry. Ja, das war das eine. Was noch irgendwie was gesagt hat. Da. Ich brauche... Ich weiß nicht, wie ich jetzt ein Heil-Item finde, ey. Mir geht's gar nicht gut. Ich habe Angst, dass mich ein Gegner anspuckt. Oh, hier ist ein Code, oder? Den ich natürlich nicht weiß. Steht der hier irgendwo an der Wand? Wie soll ich den Code rausfinden für Tastenfeld? Für den Grossmarkt? Ja, das ist schon geil, wie man das dann auf der Karte markiert und so. Das ist schon cool gemacht, einfach. Genau. Ich sehe auf der Karte auch alles so, wo ich noch was offenen kann, was ich... was quasi versperrt ist. Hier irgendwie sind mir hier gerade zu viele Gegner, dafür dass ich nichts was alles rot ist. Boah. Happy Burger. Da oben war das. Ich will halt nicht verrecken jetzt, weil ich habe Angst, dass es kein Autosave gibt. Was ist das da? Was ist das da, das? Ja, oh, Speicherpunkt. Das lese ich gleich. Schön kaputt speichern. Wie heißt es mit so einem Bett, wo ich mich ausruhen kann? Immer dieses Survival Games. Das da war das, glaube ich. Ein Teets aus der Nili Bar. Ich weiß nicht, was in den Gefahren ist. Er fing einfach an, auf das Ding einzuschlagen. Ich musste ihn rausschmeißen. Er ist weggerannt und heute... Er würde alles in Ordnung bringen. Ich habe alles zusammengesucht, was ich konnte. Das ist ein Leerzeichen, zu viel. Aber einer der... Nee, ist es nicht. Ist komisch. Aber einer der Knöpfe fehlt immer noch. Die Hälfte der Platte steckt immer noch drin, aber die andere Hälfte fehlt. Er muss sie wohl mitgenommen haben. Ich glaube, er ist in Richtung Groovy Music gerannt. Guck mal, das habe ich schon übersprungen, ey. Kannst du vielleicht mal nach ihm sehen? Ihm geht es nicht gut. Da war niemand. Warte, was stand da? Er wohnt an der Soul Street neben der Apothekerapartment 9. Okay. Da können wir dann auch noch hin. Aber hier steckt irgendwas fest und jetzt kann ich die Platte nehmen. Irgendwie. Wo steckt hier denn was fest? Kaputte Schallplatte. Ja, gib mal her. Nee, das macht keinen Sinn. Das ist ein Butterfly-Schlüssel, den ich brauche. Heilung. Wenn sich Gule nähern, hat der Payboy, ja, wegen Geigenzähler, hat er bieb, 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 bieb gemacht. Und der lange Heimweg. ist es. Gut. 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 so umschnittlicher geht es ja nicht oh ne coin ich hab alles man ich hab alles das war so Zufall ich dachte mir die ganze Zeit ey ich muss doch ganz woanders hin und ich mach ja so optionalen Quatsch aber in Wirklichkeit war das genau das was wir machen müssen A B B A B C achso äh C2 oder dafür fehlt der Knopf ja nehm ihn doch woanders raus muss ich jetzt Knopf 2 finden nimm doch den 3 raus und 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 steck den auf 2 drauf sein ernst also James na gut ich brauch einen Knopf damit der feine Herr einen Plattenspieler anmachen kann aber vor allem brauch ich ein krankes High-Item ey wahrscheinlich ist der Schlüssel hallo there was a hole here it's gone now hier war ein Loch jetzt ist es weg gute Nacht faulgott ich muss keinen Code eingeben ich muss einfach nur die Platte abspielen dafür fehlt mir die Taste 2 aber ich kann ja noch in sein Apartment gehen Soul Street Apartments alter ich lass mich nochmal sprechen ich hab echt Angst dass es kein Autosafe gibt ja weil Soul Apartments war doch neben der Apotheke hat sie gesagt dieses Happy Burger steht da auch noch da war ein Gegner da war der Büro muss ich len äh runter dann rechts ich bin so falsch ich bin so falsch oh Gott wie habe ich diesen kurzen Weg jetzt nicht finden können oh Gott das kann nicht gut sein das kann nicht richtig sein ich glaube ich bin das sind die Apartments glaube ich und hier ist ein Käfer wenn der Käfer mich jetzt umbringt wo ist der Käfer ich würde es ja vor allem eröffnen dass man zig Sachen suchen muss aber das ist Silent Hill Silent Hill ist ein Rätsel und Ekel Horror Psycho Apartment 5 Left is Left was Left is Key says there is a leak from upstairs gotta check it out der Gast aus Apartment 5 hat seinen Schlüssel da gelassen ja ja wo ist er denn der Schlüssel war das Apartment 5 der Typ den ich es finden muss ich glaube ah hier 5 ist auch geil dass ich jetzt zufällig in das richtige Apartment reingeldrand bin ey ich will einfach nur ein Highlight hin ich will dieses Viech hier besiegen dass das Radio ausgeht wo ist das Viech das war der Geräuschstampfer ich glaube da war auch eine Karte bist du 5 nein du bist 2 war eine Karte oder irgendwas ein Gebäude also sobald du in einem Gebäude drin bist hast du keine eigene Karte okay ich muss hier drauf schauen 1 2 Schlüssel 3 hoch 5 in der Ecke ich gehe einfach eh überall hin ich will doch nur Heilung ich glaube von hier bin ich reingerannt und hatte Schiss das hier ist glaube ich die Pharmacy hier muss doch was zum Heilen sein ah dach 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 oh mein Gott endlich endlich ich bin ab jetzt vorsichtiger ich muss mehr ausweichen einfach ich bin hier raus nee okay warum ist das kann ich das immer noch anschauen ist das irgendwie noch wichtiger nee U ab hallo Jacques da bin ich hergekommen und dann gehe ich jetzt hoch das ist hier schon wieder ein Viech was ist gibt es irgendwie eine Trophäe für Töte 100 Hirschkäfer bin schon zur Hälfte da 6 7 8 schön die Tür angrummeln 4 ich da durch fünf sind die crocs auf silent hill genau gib mir ne taschenlampe bitte genau oben ist party da gucken wir gleich vorbei jetzt sind wir beim anderen ich höre doch was da höre ich raben ne die tiere die viecher sind unten ok natürlich geht alles hinter mir kaputt natürlich gott was und dann kam sie und wusch all meine ängste weg alles machte plötzlich wieder sinn es ist dieser ort ich kann nicht dagegen ankämpfen ich muss den kopf frei bekommen nur noch ein kurzer halt im texas dann gehen wir da ist ein loch in der wand das größte glory hole oh oh do it do it do it do it tiefer t 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 Du kannst jederzeit die Taste einfach tauschen. Du brauchst nicht die 2 auf der 2. Da stinkt's. Schleimtür. Okay. Wir gehen zurück in die Bar. Und die Jukebox anmachen. Oh, ich will noch nicht runter. Ist das ein Abgrund? Wahrscheinlich. Sonst wäre er nicht so abgegangen. Okay, okay. Der war da nicht noch was? Wir müssen immer nach High-Items gucken. Okay, hier ist nix mehr. Hallo, einfach Ninja. All dieser Schleim. Einfach Ninja. Dankeschön für den Raid. Hallo. Hallo, Gon-Konball. Wie geht's? Dankeschön. Wir spielen Silent Hill. In die Nacht hinein. Ich hab das Spiel vor, als es rauskam damals, gespielt. Bisher ist das ganz gut. Der Knopf war dumm. Der Knopf war einfach dumm. Das macht keinen Sinn. Aber gut. Das Spiel macht allgemein keinen Sinn. Also diese... Aber... Das ist der Grusel. Das Unerklärliche. Sehr schönes Game. Gell? Wir rennen jetzt quasi geradeaus wieder zurück. Aber ich war noch nicht beim Happy Burger. Krabby Patty. Ich lass die jetzt alle links liegen. Wo war... Ist das der? Das ist der Burgerladen, ne? Hier. Das geht nicht. Ah, da krabbelt schon einer. Hier, hier, hier. Äh. Okay. Das ist doch dafür da, dass was rauskrabbelt. Okay. Musik. Grundlose Schreckensmusik. Dieses Viech. Lebst du noch? Hab ich hier schon gekämpft? Nee. Was war das an den Reifen? Bestimmt ein Viech. Haben wir auch gerade. Bin fast gestorben. Hast du das Original damals gespielt? Ah, gut. Schau, deswegen sind wir hier rein. Medizin. Spürst du den Heißhunger? Kannst du einfach nicht anders. Greif zu. Happy Burger. Wir geben dir, was du brauchst. Auf den Sprung. All unsere Gerichte gibt es auch zum Mitnehmen. Zehn. Zehn Krabby Patties, bitte. Schau, der ist aufgestanden. Ich habe auf den extra geschlagen. Es war doch klar, dass der aufsteht. Oh. Nein. Ist da nicht noch einer hinter mir? Ich höre doch irgendwas hinter mir. Stampf. Stampf. Kann mich nicht mehr an alles erinnern? Ja, ich auch nicht. Aber ich weiß auch was. Also die Geschichte. Ach, komm. Warum halte ich so wenig aus? Leon. Was? Es ist hier kein Platz, ey. Es ist kein Platz. Kacka, Mann. Ich finde ein Heil-Item, damit ich das dann direkt wieder aufbrauchen kann. Also klar. Hätte ich genauso gut hier nicht reingehen können. Außer ich finde jetzt noch eins. Dann hat es sich gelohnt. Ja, ja. Nope. Dein Ernst? Ich hätte einfach rausrennen sollen, als ich das Heil-Item gefunden habe. Ich höre doch schon wieder die nächsten Gegner. Es sind keine Zombies. Also irgendwie schon. Aber es sind keine Zombies. Ich bin dran vorbei. Hä? Wo ist das? Schwierigkeit, Schwierigkeit, bist du unterwegs? Standard. Ich bin einfach nur schlecht. Aber auf kleinem Raum, den ausweichen? Also ich will nicht sagen, dass es unfair ist. Im Original könnte man eher sagen, unfair, schlechte Steuerung und sowas. Das ist ja absichtlich. Der James ist ja kein guter Kämpfer. Der hat einfach eine Planke in der Hand und versucht zurecht zu kommen. Das ist klar, dass er getroffen wird. Also es ist jetzt nicht unlogisch. Aber man muss halt immer entscheiden, laufe ich jetzt weg? Oder lohnt es sich? Und das hat sich gerade nicht gelohnt, weil ich habe das, was ich gefunden habe, verbraucht. Und jetzt setzen wir die zweite Taste da rein, die wir in der Mumu gefunden haben. Gehen auf C, 2 und Party. Ich finde, er braucht eine Waffe. Keine Angst, die kriegen wir schon noch. Rochimago, stimmt. Und das ist ja nicht ein Problem. Ich finde, es ist ja nicht ein Problem. War das zum Beispiel alles im Original? Nein. Ich glaube, das war nicht im Original. Dieser ganze erste kleine Teil jetzt? Also die Rätsel waren definitiv nicht im Original. Oder? Dann gehen wir doch da hin. Memory Unlocked. Mensch, das ist ja praktisch. Ein Schlüssel. Wieso war es das Szenenübergang? Weil Horror. Warum bin ich nicht komplett geheilt? War das so ein schlechtes Item? Gib mir eine Taschenlampe. Please. Habe ich da hochgekonnt? Oder mal was? Habe ich da draufsteigen sollen? Warum kann ich es dann schieben? Ja, aber die Resident Evil Sachen... Habe ich jetzt noch weiter vorschieben sollen. Resident Evil Sachen waren ja auch so Schlösser... Waren ja auch so Schlösser mit Fallmechaniken. Die waren ja extra so aufgebaut. Das ist ja einfach nur eine Stadt. Warum sollte da ein Schlüssel in der Jukebox sein? Aber es ist egal. Darum geht es nicht. Das Spiel ist absichtlich dumm und weird. Er ist zurückgekommen, nachdem du weg warst. Keine Sorge, er hat nichts versucht. Er sah einfach nur traurig aus. Er hat irgendwas davon gemurmelt, dass er mit jemandem die Stadt verlassen will. In seinem Zustand wollte ich ihn nicht fahren lassen. Also habe ich ihn aus seinem Auto ausgesperrt. Sein Wagen sollte hinten stehen. Schau morgen früh mal nach, ob er noch da ist. Ich glaube, es ist der Türkisgrüne mit dem Kennzeichen, das auf 06 endet. Türkisgrün 06. Heil Items. Warum quietscht hier schon wieder was? Wer quietscht hier rum? Ich bin immer noch hier. Ich dachte jetzt irgendwie, dass ich in den neuen Bereich gekommen bin dadurch. Ah, bin ich. Weil das war abgesperrt. Quasi. Kann man in Autos rein und die looten? Weil ich konnte ja irgendwie... Das ging ja immer. Also was heißt immer? Seit Neuestem. Will einmal? Nee. Ich habe das Gefühl, hier waren wir schon mal. Ist das Türkisgrün? Das ist nur ein Käfer, das ist nur ein Käfer. Warum auch immer. Ich glaube wirklich, dass es Collectibles sind. Bist du Türkisgrün? Nein. 06. Man muss halt schon differenzieren. Ist halt nicht Resident Evil. Beides Horror, aber extrem verschieden. Ja. Bist du Türkisgrün? Ja, ne? Aber das endet nicht auf 06. Ah, ne, nur auf 6 hat sie gesagt. Yes, Gesundheitsdrink. Aber... 06 oder 6? Es kann ja nicht sein, dass ich jetzt wegen einem Item da war. Aber ich gucke mich noch weiter um. Ich glaube, da geht's weiter. Fragezeichen. Türkisgrünes Auto. Also da drin, also war das noch nicht das Türkisgrün Auto. Ich sag's, Türkisgrünes Auto ist jetzt Flashlight. Ich finde endlich hier auf 06. Eben. Nö, was? Und jetzt? Ah, das daneben. Die Klamotten. Gute Nacht, Prani. Kannst du nicht immer Items anschauen, wenn die Gegner nur so hereinströmen? Was für ein Teufel ist hier los? Muss ich die besiegen, dass es weitergeht? Ja, cool. Muss ich? Nein, ich muss nicht. Ich muss gar nichts. Ich muss gar nichts. Solange Gegner mit nichts droppen, besiege ich sie auch nicht. Looten und leveln. Looten und leveln. Gegen den Wind? Mit dem Wind. Karte. Ich hab keine Ahnung, wofür der Schlüssel war. Gegen den Wind. Mit dem Wind. Okay. Warte, lass das in der Karte eintragen. Ist der neu. Einfach weg da. Hoa. 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 Der rote Rand ist halt wirklich nervig. Deswegen, ich will ein Highlighten einsetzen. Ich brauch's noch nicht. Disgusting. Kann ich im Rennen mich heilen? Bisse. Schöner, schöner, schöner. Bin ich jetzt echt einfach gerade ausgerannt und das war der richtige Weg? Ah ne, das ist bestimmt der Schlüssel zu dem Apartment. Moment. Das bestimmt das hier Tatsächliche ist. Oh mein Gott. Wie? Wie lande ich zufällig an diesen Orten immer? Geil. Okay. Das haben sie irgendwie gut gemacht. Ich weiß nicht wie, aber ich renne, ich bin die ganze Zeit nur ziellos rumgerannt. Und hab irgendwie trotzdem alles gefunden, was ich finden musste. Und ich dachte die ganze Zeit, dass ich alles falsch mache. Ich dachte die ganze Zeit, ich mach alles falsch. Und alles, was ich gerade mache, ist optional. Und irgendwie war alles richtig, was ich gemacht hab, die ganze Zeit. Hallo, Taiha Jin. Der ist super Taiha Jin sogar. Hallo Tai. Hey, was geht's? Hallo König. Hallo Phil. Der Windbreaker Phil. Wie läuft's? So dunkel? Spooky. Hallo Lian. Ich muss Münzen finden. Ich komischer Lama-Typ? Was? Hallo Kalinka. Hallo Asura. Ich hab übrigens letztens euren Soul Link Stream nochmal angeguckt, weil ich mich inspirieren lassen wollte wegen dem Layort, wie ihr das gemacht habt. Ihr hattet ein Problem weniger. Ich hatte jeweils zwei Bildschirme zum Anzeigen. Aber es hat funktioniert. Ich hab meine erste Soul Link gemacht. Und wir haben drei Arenen geschafft, bevor wir kläglich gescheitert sind. Dreimal hintereinander. Viermal hintereinander. Dreimal? Dreimal. Drei glänzende Münzen. Fünf Löcher darin. Unter dem Baum sitzt sie, sinkt vor sich hin. Der Wind erweht der Magd in den Rücken. Allein wächst das Blümelein voller Entzücken. Blümelein. Dann kam der Mann so edel und schmal. Mit goldenen Augen im Mondlicht Aschfahl. Dunkel war's. Der Mond schien helle. Mit wem? Mit dem Lord Pappnase. Pistolenkugeln. Ist da ein Vogel drauf? Penguin. Aber existiert der Run nicht noch? Nö. Hast du nicht geguckt? Dann hast du nicht geguckt, Maury Dieven. Bin enttäuscht. Dann hast du nicht geguckt und ich hab dich jetzt gespoilert. Wir sind dead. Forever. Am Ende ist Pappnase einfach unterlevelt mit einem Mon in die Arena gerannt und hat komischerweise verloren. Wobei ich gesagt habe, er soll das doch bitte nicht tun. Ich will meine Taschenlampe. Ich seh nischt. Sehr geehrte Anwohnerin, bezüglich Ihrer Beschwerde über die Schüsse aus Apartment 217 haben wir mit dem Mieter Kontakt aufgenommen und er hat uns versichert, dass er keine Schusswaffen besitzt. Er war sehr kooperativ und gewährte uns Zugang zum Apartment. Er hatte recht, denn wir haben keine Waffen und auch keine Spuren von Waffengebrauch gefunden. Sollten die Geräusche andauernd informieren wir Sie, informieren Sie bitte den Hausmeister. Mit freundlichen Grüßen. Die Verwaltung. Hab's wohl verpasst. Das ist alles auf YouTube. Das kannst du alles auf YouTube anschauen. Gesundheit. Ich glaub da ist eine Treppe, die ich kaum sehe. Hallo? Wie gefällt dir Silent Hill? Gut, gut. Ich hab damals das Original gespielt. Vor vielen Jahrzehnten und Monaten. Ach, die geht nicht kaputt. Ähm. Das ist gut. Das Spiel ist auf jeden Fall größer, glaub ich. Hab ich gelesen und auch, glaub ich, schon bemerkt. Das Einzige, wo ich mich beschweren kann, ist im Moment, dass die Grafik hier und da echt hässliche Fehler hat. Ich meine jetzt nicht sowas wie, dass du durch die Wand schlagen kannst oder sowas, aber stört mich nicht. Aber so komische Reflektionen und sowas, die wirklich so wie Störsignale aussehen. Und dass die Musik random einfach auf einmal voll abgeht, obwohl nichts passiert, aber vielleicht ist das jetzt auch nicht mehr so. Ich möchte Ihnen eine Staubsaugversicherung verkaufen. Mit meinem Staubsauger können Sie jederzeit diese ganzen Staubflecken in der Luft wegbekommen. Allergie, Allergie, Allergie. Was ist das? Da ist was. Ach nee, da ist nix. Ich seh nix, ey, es ist alles schwarz. Ich will endlich diese dumme Taschenlampe haben. Ich seh nix. Ja. Danke. Das war so klar, das war so klar. Staubsauger können Leben retten. Das sind die Klamotten von meiner toten Frau. Die Schweine. Hallo, Old Griefer. Müllschacht. Okay. Einen wunderschönen guten Abend. Hallo. Guten Tag. Hallo Vampi. Hallo Sokka. Die Taschenlampe hat sich als Theater... Ach nee, die war in dieser Tasche von dem Kleid hier drin. Von der Anzugding. Klamotten. Dankeschön für den Raid. Guten Tag. Ich bin der Leo. Wir spielen... ...das sogenannte Silent Hill 2. Was mir sehr gefällt, schon damals gefallen hat... ...und eines der gruseligsten Horrorspiele war... ...und ich würde sagen, der... ...Jumpscare-Faktor hat definitiv zugenommen. Also dafür, dass ich jetzt eine Taschenlampe habe, ist jetzt alles dunkler geworden. Wenigstens sehe ich jetzt etwas. Hallo Fangalon. Hallo Jesse. Was habt ihr gemacht? Habt ihr auch sowas hier gespielt? Sowas Verrücktes, Böses? Und Tai, dankeschön für 14 Monate. Das ist nicht ein Müllschach, James. Bitte. Geh in die Schule. Bin ich da hergekommen? Ja. Gott, das Licht scheint noch nicht mal komplett auf die ganze Karte. Ach, so viele... ...so viele Zimmer. Das ist das Silent Hill, was ich kenne. Und verachte. Zumindest die Anzahl der Zimmer. Aber jetzt sehe ich sofort... Oh, da kann ich nicht rein. Und hier? Kein Müllschach, James. Vielleicht wird er hoch. Ich trau mich nicht. Moin, servus, moin. Hallo Exxon. Ohne Taschenlampe ist wirklich schlimm. Ich schreck mich die ganze Zeit. Wir haben das gleiche gespielt, sind aber schon viel weiter als du. Ist auch gut. Dann kann ich euch nicht... ...spoilern. Ich rufe die Hausverwaltung an. Die haben hier die Türklinke ausgebaut. Waffengeräusche. Ist viel schlimmer. Vandalismus. Okay, okay, okay. Highlighten bitte. Pristolenmunition. Ich glaube, ich kriege bald ein Hackfleischmesser. Du kannst Sonderbobons sammeln. Ja, ich bin reiner Pokémon-Streamer. Wie man sieht. Nee, das mache ich hier nur für mich. Aber tagsüber streame ich nur Pokémon. Heute haben wir TCG, das Gameboy-Spiel von damals gestreamt. Hier komme ich her, oder? Ja. Dann gehe ich jetzt wieder runter. Irgendwo muss ich diesen Schlüssel jetzt benutzen. Aber einen Müllschacht, den kletter ich doch jetzt nicht hoch. Hm. Hm. Jedenfalls sehe ich jetzt Stuff. Und es ist wirklich Stuff. Was ist da? Was steht da? Münzkabinett. Ach ja. Äh, Münzkabinett. Da, 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 da. Hm. Hier, Hof. Ah. Müllschacht-Hof-Schlüssel. Achso, weil hier im Hof der Müllschacht ist. Was für ein schöner Hof, der einfach nur Müllschacht genannt wird. Gibt es hier sowas in Deutschland? Also hier bei uns, in Irland gibt es das auch nicht. Dass man einfach so Müllschacht hat, wo jede Wohnung einfach das Zeug runterschüttet und dann landet es da unten. Und eigentlich wirkt das sehr logisch. Ich meine, das ist keine schöne Umsetzung hier. Also so sollte, so sollte es am Ende nicht aussehen, aber ich stelle es mir sehr praktisch vor. Dann muss ich nicht, aber die Dinger zu reinigen ist wahrscheinlich auch widerlich. Und dann schmeißt da jemand aber das Zeug runter, ohne wirklich es verpackt zu haben. Dann ist der ganze Schacht widerlich und dann stinkt es. Studentenheime haben sowas? Hm, okay. Da ist nicht so viel rein. Achso, du meinst von der Größe vom Müllbeutel. Kann man nur so kleine Müllbeutel nehmen. Nur die Altbauten? Noch nie gesehen. Eben, ich habe das auch noch nie gesehen. Was ist denn das? Sackgasse. Achso, ah. Das ist Rätseltime. Das ist sogar so gemacht, dass man noch nicht mal den jetzt weiter benutzen kann. Ich wollte eigentlich gucken, ob ich das noch woanders hinschieben kann. Okay. Hallo, Pascal. Du hast einen Wäscheschacht im Badezimmer. Das ist cool. Ich bin bereit. Und dann kommen die sexy Krankenschwestern. Und sexy Pyramid Head. Da ist hier gar nichts. James, reiß ich zusammen. Mach die Tür auf, James. Was gibt's mehr? Türen oder Räder? Da ist da noch nicht mal was drin. Da ist da noch nicht mal was drin. Oh, I'm here to lead, not to read. I'm sorry. Selbst wenn ich's vorlesen würde. Wir würden die Story eh nicht verstehen. Das ist so. Käfer. Es gibt einen neuen Ball. Ja, du hast den Schiller-Ball, Pascal. Und davor, den hast du jetzt nicht gesehen, aber davor gibt es den Arceus-Ball. Und zwischendrin habe ich noch einen eingeführt, den Glitch-Ball. Aber du hast den höchsten aller Bälle. Den Schiller-Ball. Warum ist da ein Fragezeichen? Aber gut. Der Mindballe sind vier Jahre. Und der Schiller-Ball sind fünf Jahre. Ich hab nix verschoben. Ist alles noch gleich. Nur dass halt jetzt die Lücken, die es noch gab, sind jetzt gefüllt. Die Taschenlampe ist aber auch wirklich eng. Tight. Tight, tight, tight. Okay. Achso, hier ist der Rundgang. Okay, okay, okay. Nice, nice, nice. Hä? Verlegt was? Ein Schlüssel. Greif durch. Kleines Mädchen. Gab's hier ein kleines Mädchen? Nee, das war Teil drei. Nee, das war Teil Downpull mit dem Mädchen. Hey, Mädchen. Hier. Ja, hier war Mädchen. War schon richtig mit dem Mädel. Wenn vorhin bei der Frau Mädchen da steht, was steht dann bei ihr? Baby. James, du glaubst doch nicht wirklich, dass er jetzt ein Kind war. Das ist dein Mind. Ich kenn mich mit Minds aus. Er trickst dich aus. In die ganzen Zimmer da konnte ich nicht rein. Oh, doch. Warum atmest du so komisch, James? Hier ist niemand. Die Stadt ist verlassen. Wovor hast du Angst? Ah! Warum reagiert das Radio nicht, wenn ein Gegner im Raum ist? Worauf kann man sich heutzutage noch verlassen? Unverschämt. Eine Sache, auf die ich mich verlassen konnte, dachte ich. Wo ist mein Licht? Wo ist mein Licht weg? Wo ist mein Licht weg? Weil es hier hell genug ist? Weil es hier hell genug ist? Daut. Fettes Daut. Es ist nicht hell genug. Sag mal. Sag nicht, ich muss Batterien sammeln. Taschenlampe, eine Lampel mit einfachen An- und Ausschalte. Ja, dann mach er mal an. Hallo? Ich hab schon alle... Jede Taste... Ah, da. L3. Ich glaub, auf Schreck bin ich auf L3 gekommen. Ja, den Teil klipp ich mir. Wenn ich gerade so schön angeberisch sage, dass ich... dass er keine Angst haben braucht. Und dann bin ich tatsächlich erschrocken. Ihr braucht nicht auf den Link klicken. Das sind 30 Sekunden. Der Moment war schon vorbei, glaub ich. Strollenkugeln. Ist einfach ein Viech unterm Tisch. Hätte man das sehen können? Plus die Grafik bisher. Die Grafik ist das Schlechteste am Spiel bisher. Aber Grafik hat mich noch nie gestört. Die Grafik ist eigentlich wirklich gut. Aber es gibt Stellen, vor allem Reflektionen von Wasseroberflächen, die wirklich Fehler haben. Also nicht nur nicht gut gemacht sind, sondern einfach Fehler haben. Also sowas, dass man es eigentlich patchen müsste. Aber es ist jetzt nicht super schlimm. Aber... Und damit meine ich auch, dass das Spiel echt geil ist. Und das ist das Schlimmste. Und sowas ist eigentlich kein Problem. Also es ist noch nicht mal ein Problem. Es ist kein... Es ist nicht schlimm. Was ist denn mit 111? Ich bin doch gegen 111 gerannt. Wom wird das denn nicht eingezeichnet? Ich bin doch gegen 111 gerannt. Habe ich jetzt irgendwas gefunden da drin, was irgendwie von Belang war? Was habe ich denn gefunden? Nur Munition. You never know. Was war das? Was war you never know? Try to open locked doors 50 times. 50 Mal habe ich das schon gemacht. Okay. Funny. You think you're funny game. Aber... Was ist das für eine Tür? So viel Munition. Ich finde die Charaktere kritisch. Andere Spiele hatten bessere grafisch gesehen. Andere Spiele? Also Silent Hill nicht. Das ist das bestaussehendste Silent Hill bis jetzt. Du kannst es ja... Ich meine, es gibt genug Spiele, die einige schlechter aussehen. Es gibt auch genug Spiele, die besser aussehen. Aber Grafik ist irrelevant. Warum ist da ein Fragezeichen? Warum ist da ein Fragezeichen? Warum ist da ein Fragezeichen? Was? Oder was? Oder was? Luck, wo ist Joe? Hallo. Hallo Luck, wo ist Joe? Achso, das ist da, wo ich nicht durchkomme. Du vergleichst gerade das hier mit Detroit Become Human? Jesse. Du kannst kein Spiel, was draußen ist mit einem äh... Wie heißt die? Wie heißen die Macher von dem Spiel? Dankeschön für den Raid. Vielen Dank. Dankeschön. Hallo Lolli Nextdoor. Lolli Nextdoor. Ja. Hallo Lena. Was habt ihr gemacht? Falls ihr das hier auch gemacht habt, keine Angst. Ich bin auch sehr am Anfang. Ich bin nur am... Mich verlaufen. Ich hab nichts Großartiges eingesammelt, oder? Das heißt, irgendwas muss doch in diesem Bereich noch sein. Da kam ich nicht durch. Da war das Mädchen. Ach ja, ich hab das Mädchen gefunden. Und da... Da ist offen. Okay. Also soll ich dahin gehen, wo das Mädchen war? Das kann ich machen. Und Lady Mummy Tresco aus Resident Evil Village? Ja klar, wir können auch es vergleichen mit Last of Us 2 und... Und Dingens. Horizon Zero Dawn und... Star Wars und was nicht alles. das ist die reflektion da im licht sieht aus als ob da rauch ist aber es ist einfach nur reflektion da sind zwei sind denn da jetzt zwei dankeschön thai dankeschön warum bin ich denn ich habe mich gerade geheilt warum bin ich denn immer noch rot was ich habe das andere noch Mann, 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 ey. Die machen einen so fertig. Auf jeden Fall vergleich bitte niemals Grafik von einem normalen, in Anführungsstrichen, Spiel, wo du dich in einer Welt bewegen kannst, mit einem Filmspiel. Niantic Dreams, so heißen sie. Niantic Dreams, nee. Niantic? Quantic Dreams, oh mein Gott. Quantic Dreams, alle Spiele von Quantic Dreams sind Filme. Und sobald du keine echte Steuerung in einem Spiel hast, so wie bei Quantic Dream, kannst du Grafik wunderschön machen. Sobald du dich aber in einer Welt bewegst, die interaktiv ist, bei der Türen auf und zu gehen, bei der Gegner sich darin bewegen, kannst du automatisch nicht so viel Wert auf Grafik legen. Zumindest ist es um einiges schwieriger. Ähm, da rechts. Aber da, warte, ich verlaufe mich den ganzen Zelt. Ach, da, so leicht um die Ecke. Okay. Ah, hier. War ich hier noch nicht? Krass. 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 Was? Warum ist da eine Linie? Ach, da ist ein Schlüssel. Aber kann ich benutzen. Ist jetzt ernsthaft diese... Der Durchgang ist weg? Der Durchgang, dieses fette Gitter... ...ist einfach weg? Okay. Hallo Phoenix. Warum kann ich da nicht rein? Die Tür sagt... Achso, vielleicht... Hä? Aber da war ich doch. Hier war ich doch. Hier war ich doch überfallen, oder? Nein, hier war ich nicht. Ich bin so verwirrt. Spielt das Spiel mit mir und macht die ganze Zeit Sachen auf und zu? Oder bin ich... Ich bin, glaube ich, einfach nur dumm. So einen Schrank hätte ich auch gern. Mit Händen. Knauf. Ich will heute auf jeden Fall noch Mary treffen. Die nicht Mary heißt. Ich weiß nur ihren Namen nicht mehr. Mary... Auch mit M, glaube ich. Mary... Mary... Marie... Mandy... Kate... Ashley... Jimmy... Blue... Ochsenknecht. Jimmy, Blue, Chicken. Wo? Da... Knauf. Ausruhezeichen. Ach, beim Ausruhezeichen war das mit dem Kind. Also... Oh Gott. Also war das doch nicht hier. Da war gar kein Gitter, wo ich gerade dachte. Okay. Gehen wir mal dahin, wo das Mädchen war. Da. Oder ist noch was? Ach, den Schlüssel hat sie weggekickt. Deswegen. Okay. Und dann... bin ich da tatsächlich nicht drin. Mary Joanne. Mary Jane. Einsame Blumen. Robert Schumann. Zu dunkel. Zu dunkel. Wir brauchen eine bessere Taschenlampe. Unter welchem Tisch kommt jetzt wieder ein Viech raus? Äschen. Hm. Quite the artist. Oh, das sind alles noch Fenster. Medizin. Oh, ich nehm's. Vielleicht keinen Sinn. Hässlichen roten Ränder. Die sind wirklich... Das ist auch eins, was mich stört. Die Ränder, die roten, sind viel zu krass. Die machen das Bild so hässlich. Okay. Ähm. Ich hab diesen Schlüssel geholt. Aber ich weiß nicht, wofür der Schlüssel war. Moment, wir können nachschauen. Steht es drauf? Kräuterschlüssel 2F. Zweite Etage. Und dann hab ich diesen... Ball. Okay, also ich kann in den zweiten Stock hoch. Let's go. Die Gegner sind ja alle weg jetzt, oder? Da kommen doch sicher keine neuen Gegner, sobald ich was aufgehoben hab. Ich bin nicht vorbei. Du kommst nicht. Du kommst hier nicht durch. Du kommst hier nicht rein. Äh, das war der falsche Weg. Wo könnte ich einen Knauf benutzen? Ich hab doch vorhin ne Tür gesehen, wo ich gesagt hab... Tisse, 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 tisse. Da war vorhin... War das nicht ganz oben sogar. Aber das... Das war ein riesiger Henkel. Da hätte ein Knauf auch nichts gebracht. Wann würde überhaupt ein Knauf was bringen? Ja. Wo ist der zweite Stock? Wo ist der zweite Stock? Wo ist der zweite Stock? Hier. Da ist ein Rätsel und ein Horrorspiel. Das ist Silent Hill. Man muss sich zurechtfinden auf komplexen Karten. In denen man Sachen findet, die man dann woanders benutzt und so weiter. Und die Story ist sehr gruselig und weird und seltsam. Und es ist Psychoterror. Ist das nicht 2F? Sind die hier amerikanisch? Und 2F ist in Wirklichkeit der erste Stock? Okay. Hier oder was? Aber das ist... Da würde ich ja jetzt einen Knauf reinstecken, aber das geht nicht. Ich kann hier gar nicht. Hä? Kann ich irgendwie einen Stock wechseln? Feuere Karte. Hä? Ist das ganz oben? Ne. Ich bin so verwirrt. Bin ich gerade in 2F? Ah, hier ist 1F. Aber 2F... Der Schlüssel bringt nichts. Dann ist der Schlüssel irgendwo da drin. Korridorschlüssel 2F. Hier, das ist 2F. Also bin ich auf 2F? Ah, ich bin jetzt 2F. Okay. Aber steht hier fett 2F? 2. Okay. Wenn man die Karte studiert, dann kommt man zurecht. Ich weiß gar nicht, was zuerst kam. Silent Hill 1 oder Resident Evil 1? Oh ja, Silent Hill hat viel für Horror gemacht. Es lebt. Immune. Dankeschön für deinen Raid. Wenn du jetzt nochmal aufstehst... Habe ich nochmal. Hey, ein komplett neues Stockwerk. Soll ich direkt zu 217 laufen? Erstmal alles. Jede Tür. Einmal dran rückeln. Oh. Oh. Das Licht ist so eng, dass man sogar einfach Türen übersieht. Oh. Ich finde das was geil bis jetzt. Sehr gut. Hier komme ich rein irgendwie? Ist da ein Knopf? Ne. Von der anderen Seite dann. Das ist ein Käfer. Sagt euch, das ist bloß ein Käfer. Das ist kein Viech. Das ist bloß ein Käfer. Münze. Hey, Kid. Oh, such das Kind. Und sag, es soll da runterklettern. Muss ich jetzt einen Greifarm oder sowas finden? Na gut. Maschmaschinen. Resident Evil kam zuerst. Ja, okay. Ich finde die Games wirklich sehr unterschiedlich. Also Resident Evil und Silent Hill sind sehr unterschiedlich. Oh, jetzt wird es ein bisschen sehr dunkel. Hallo? Ich habe eine Taschenlampe. Wie viel Meter reicht die? Einen? Pff. Ich muss da lang. Oh. Ich sehe gar nichts. Oh, was? What the fuck? Ich sehe halt nichts. Also es tut mir leid. Ein Mensch würde definitiv was sehen bei so einer Taschenlampe. Der Film war sehr gut. Der erste. Der zweite war nicht gut. Aber der erste war wirklich sehr gut. Holy shit. Wie viel man mit Dunkelheit machen kann. Auch wenn die Dunkelheit komplett unlogisch ist. Der ganze Raum wäre gerade hell. Der ganze Raum wäre hell. Wenn ich als Mensch hier drin stehen würde. Aber okay. Vielleicht sind wir schon in der Nebendimension. Ich sehe nichts. Der war ein Schrank mal. Okay. Wollen wir uns den anschauen? Musik ist aber genial. Der zweite war schlecht. Vor allem wegen Jon Snow. Ne. Sie haben versucht den dritten Teil vom Spiel zu machen. Aber haben sich nicht ansatzweise. Wobei keine der beiden Filme haben irgendwas mit den Spielen zu tun. Also die Story ist nicht ansatzweise die gleiche. Reicht er? Musik ist genial. Hallo. Könnt ihr aufhören mich zu erschrecken. Mit diesem Ding. Hallo. Dankeschön. Korit. Für den Raid. Das stimmt. In Resident Evil 7 sucht er mir auch. Die eine Nachricht schickt. Obwohl sie tot ist. Stimmt. Hallo Korit. Dankeschön. Aufgrund der laufenden Reimungsarbeiten werden alle Mieter gebeten. Die dritte Etage des Gebäudes nicht zu übertreten. Mit freundlichen Grüßen. Bla bla bla. Da war ich ein Schlüssel. Eigentlich ist aber mein Radio abgegangen. Also eigentlich muss hier ein Gegner sein. Anscheinend. Leicht. Minimal. Bin ich erschrocken. Kann ich das jetzt aufmachen? Nein. Das ist doof. Das ist dumm. Okay. Wir sind gleich da, wo wir sein müssen. Wir brauchen sehr lang. Wir sind sehr langsam unterwegs. Wir haben Angst. Wir sind nur James. Wir sind nicht Leon. Leon wird da mit einer AK durchlaufen. Der Striker. Ist das der Raum, wo sie gesagt haben, dass sie Schüsse gehört haben? Und die haben gesagt, die waren in dem Raum. Aber haben keine Nachweise für Schüsse gefunden? Hm. Die Verwaltung würde ich mal hinterfragen. Leichte Schussspuren. Ich glaube, ich finde hier eine Pistole. Immer gespannt, wie die Pistole hier funktioniert. Die war natürlich Horror zu steuern. Im Original. Weil es war so typisch Resident Evil. Du hast einfach einen Knopf gedrückt und gehofft, dass du triffst. Du schießt immer in die Richtung vom Gegner. Hier muss ich wahrscheinlich wirklich zielen. Aber ich kann, glaube ich, auch anvisieren. Ich habe jetzt doch echt viel. Wobei, jedes Mal sind es nur ein paar Kugeln, die man findet. Ich nehme das Ding in der Mitte als letztes. Ja, ich bin nicht hier. Weil da ist noch was. Sogar drei Schuss. Ich würde mir einen Molotow bauen. Dann würde ich die ganze Stadt abfackeln. Und dann durch die Asche durchgehen. Okay. Wenn ich jetzt L2 drücke, steht da ein Gegner, oder? Nee? Okay. Boah. Boah. Ich habe nicht. Ich habe nicht. Ich habe nicht gedrückt. Ich habe nicht gedrückt, Leute. Ich habe nicht gedrückt. Ich habe mein zweiter Finger, mein rechter Finger, ist nicht auf der Taste gewesen. Was war das für ein Bullshit? Ich habe nicht gedrückt. Ich habe einfach nur so gemacht. Ich wollte aus Spaß. Habe ich mir kurz überlegt, ob ich jetzt hier reinschieße. Aber ich habe nicht gedrückt. So, okay. Was zum Teufel? Kann ich so auch durch die Türen gehen? Ja. Ah, jetzt. Mary! Mary! Wenn ich das wäre, ich würde jetzt da drauf schießen. Warum haben die Entwickler Silent Hill nicht erst an Halloween released? Warum kommt Terrifier 3 an Halloween raus, aber in dem Film ist Weihnachten? Und wenn es Mary ist, zwei Probleme weniger. Madam? War ich hier nicht vorhin? Das war vorhin nicht hier. Ich bin doch hier durchgekommen. Okay. Okay. Nein. Nein. Ich traue mich nicht. Flüsse zu Apartment 212. Flüsse zu Apartment 212. Das funktioniert nur einmal. Los. Mach schauen. Hab ich jetzt den Schlüssel benutzt? Nö. Ich war hier nur noch nicht. Ach, das ist der Wäscheraum. Okay, doch. Hier war ich. Wäsche wieder nicht, wo ich bin. Wäsche wieder nicht, wo ich bin. Komm ich so in den dritten Stopp? Ja. Wahrscheinlich. Ich hätte so gern... Also klar ist das Objektiv, das Objective, meine Frau zu finden, ist bekannt, aber es fehlt so diese Zwischendinger so. So, ich bin die meiste Zeit einfach nur wild am... Nicht wild, aber so... Lost. Aber das ist das Spiel. Ich wünsche nur, ich wüsste zwischendrin so, okay, wir müssen jetzt versuchen, durch das Gebäude hier komplett durchzukommen, um auf die andere Seite der Stadt zu kommen. Nur deswegen bin ich in diesem Ding, um woanders rauszukommen, um auf die andere Seite der Stadt zu kommen. Kann nicht sein, dass da jetzt nichts drin war. Ach so, ich könnte 210 so. Boah. Aber das Radio setzt doch immer später ein als... als mein... Wie kann ich jetzt eigentlich die Waffe wechseln? Muss ich ins Menü, um die Waffe zu wechseln? Was ist, wenn ich nicht schießen will? Ich muss ins Menü. Oh. Also auf... Auf nah ist das echt blöd. Wenn der jetzt genau da steht. Der muss irgendwo da sein. Soll ich schießen? Brother. Oh mein Gott. Was? 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 Oh mein Gott, war das schrecklich. Oh mein Gott. Da ist nix mit anvisieren. Da ist nix mit irgendwie... Da waren so weiße Punkte. Muss ich da irgendwas drücken, um die anzuvisieren? Weil der hat nichts gemacht. Das war wirklich... Sehr schwer zu... Zu... Zu zielen. Halt wie auf der Konsole ist halt schwer es zu zielen. Naja, mal gucken. Das war... Das war bemitleidenswert. Ne, ne, das ist Silent Hill. Da muss man nicht sparsam mit Munition sein. Ich hätte einfach viel besser den gekillt. Hätte ich einfach nur... meine Holzplanke genommen. Uh, uh, uh. Was? Wie viele Schüsse willst du aushalten? Oh mein Gott. Wie viele Schüsse willst du aushalten? Drei Schüsse. Wirklich getroffen. Ich glaube sogar einer hat den Kopf und es war ihm komplett egal. Ich mag die Pistole nicht. Sie gibt einem... Äh, falsche Hoffnung. Und schon sind alle meine Heil-Items wieder weg. Vielleicht nehme ich sie doch wieder. Habe ich überhaupt noch welche? Drei. Drei. Ich kann nicht ausweichen in einem winzigen Gang. Ei, ei, ei. Asozial. Zum Glück gefällt mir der knallrote Rand. Äh, so rechts haben wir ein Treppenhaus, das nicht funktionieren wird. Nein, nicht schon wieder. Was ist das? Oh mein Gott. Wer war so hartnäckig zu Beginn seiner Switch-Karriere? Was? Hartnäckig? Achso, Mario Kart hartnäckig, dass er immer uns bei Mario Kart gejoint hat. Komm, Geronimo. Nein, warum kommst du durch, wenn ich dich verprügel? Empfinde Schmerz. Ich finde Munition. Ich will keine Munition. Ich will Heil-Items. Ich bin schon wieder am Verrecken, ey. Und das Speicherding habe ich auch ewig nicht mehr gesehen. Ich könnte einfach runter in das Foyer. Ich wusste, dass du böse bist. Ich habe kaum erkannt, was es ist. Oh, da lag eine Doppelhose. Munition. Ey, was will ich mit Munition? Kann ich die essen? Ähm, kann ich da noch raus? Nein. Ich will die Karte da und aufmachen mit Hatchpad. Ja. Okay. Und da. Okay. Ich bin da. Ja. 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 Körper runterzulassen. War ich hier schon? War ich hier schon? Nein. Munition. Manchmal sind Gegner so krass an der Wand, um der Ecke rum. Dass in so einem Raum nichts ist. Macht mich verrückt. Du denkst bestimmt, ich wäre grausam, aber das bin ich nicht. Du hast dir dein Gefängnis selbst gebaut. Ich habe es mit eigenen Augen gesehen. Ich habe zugesehen, wie du die Welt ausgeblendet und dich in der Dunkelheit verkrochen hast. Du hattest die Welt. Ich habe gesehen, wie du sie getroffen hast. Immer und immer wieder. Diesmal wird es nicht anders sein und ich werde wieder hier sein und zusehen. Oh, what? Wir haben nochmal so einen Schrank. Ah, und jetzt kann ich den Ball da reinsetzen. Oh. Creepy Raum. Ich kann nichts machen. Nur gucken. Ich kann das nicht mal lesen. Kleider. Kleiderschrank. Wie komme ich da hin? Irgendwann muss ich durch 207 auf diesen Balkon kommen. Ja. Mensch, hätte ich doch Heile-Items. Das wäre so schön. Keine Ahnung, wo ich jetzt langsäle. Keine Ahnung, wo ich jetzt langsäle. Ich habe nicht wirklich was eingesammelt, womit ich woanders hin kann, oder? Das ist noch nicht mal irgendwas hier, was ich anschauen kann. Kein Schlüssel, kein gar nichts. Okay. Gehen wir da runter. Also das Original war zum Beispiel nicht dunkel. Aber dafür war das Original, so wie man es kennt, aus Resident Evil auch. Das Original war halt Locked Kamera. Also du hast oben in der Ecke von einem Raum eine Kamera gehabt. Und so musstest du dich durch die Räume steuern. Wobei, nee, die Kamera war hinter dir, aber sobald du in einem Raum warst, war die Kamera in der Ecke oben, oder? Warum weiß ich das nicht mehr? 205. Ich komme nicht in 205 rein. Aber dieser Raum da, in den ich reingucke, das heißt, naja. Dieser Raum heißt halt nur, dass ich jetzt weiß, ah, ich muss in 206. Und jetzt sollte ich doch hier mal runter können. Wehe, es kommt hier ein Gegner. Ich habe hier alles gekillt. Hier. Wo war das? Ich habe doch irgendwo eine Leute runtergelassen. Da hinten? What? Ich bin so verloren. Nein. Warum? Warum? Gegner? Wo? Gegner? Warum? Wieso? Warum ist hier Gegner? Wo? Vielleicht oben. Über mir. Unter mir. Oder auch vor mir. Zwei? Warum sind denn jetzt zwei? Ich muss durch. Ich muss durch. Ich muss durch. Ich muss durch. Entschuldigen Sie. Okay, ich gehe jetzt zu dem Speicherpunkt. Ach, es muss Autosave geben. Wird man die Gegner nicht durch so ein nerviges, statisches Rauchen? Ja. Wie gerade eben. Du hast es gehört, ja. Ich würde sagen, dass du noch länger als 10 Minuten spielst. Wahrscheinlich, ja. Ich meine, ich bin ziemlich am Abversagen die ganze Zeit, weil ich echt schlecht bin. Wirklich schlecht. Ich weiß die ganze Zeit nicht, wohin. Wow, fuck. Wo der Gegner greift. Es ist ein winziger Gang. War das Rauschen so nervig? Okay, jetzt ist mein Bildschirm rot. Oh mein Gott. Ja, das Rauschen ist halt... Ich finde, das Rauschen ist eigentlich ein geiler Effekt, um zu wissen, dass ein Gegner in der Nähe ist. Nervig nur, wenn das Rauschen nicht funktioniert, obwohl ein Gegner in der Nähe ist. Damit man sich erschreckt. Gott, okay. Das ist super nervig. Vor allem, ich kriege das jetzt nicht weg. Ich finde ja, ich sollte mich irgendwie ein bisschen selbst heilen können. Nur so ein bisschen... Wo ist denn jetzt das rote Ding hin? Hier, wo ist das? Boah, ist das... Also, das ist ein großer Nachteil vom Spiel, dieser rote Bildschirm. Das müssen die rauspatchen. Das ist so widerlich, hässlich. Aber ich kann mich nicht heilen. Ich muss mit diesem Bildschirm jetzt leben, bis ich irgendwo random... ...ein Highlight Tim gefunden habe. Wir müssen uns diesen riesigen roten Bildschirm jetzt so lange anschauen. Und ich muss mich dabei konzentrieren und wissen, jetzt durchchecken, wo ich hin muss. Diesem widerlichen, hässlichen Bildschirm. Hey, waren noch Räume gerade. Ach, es sind keine Räume. Ist 102 ein Raum? War ich hier? Oh, bitte, gib mir ein Highlighter. Bitte. Es ist so hässlich. Warte mal, kann ich das vielleicht ausstellen? Kann man in den Optionen das ausstellen? Ich schaue gleich. James ist auch ein bisschen am Schnaufen. Da ist was. Und es bringt kaum was. Valentine's Day. Vier. Vier. Ist das so ein graues Auge? Das ist mein Auge. Lass mein Auge in Ruhe. Gibt es keine Einstellung? Ich gucke jetzt mal. Hässlich. Können so machen. Inventareffekte. Was heißt das? Aus. Im Spielfadenkreuz? Nee. Oh Gott. Kann man so spielen? Wow. Nachtmodus. Radioindikator. Anzeigen. Oh wow. Kann man das einzeigen. Lautsprecher. Fernsehlautsprecher. Headset. Steuerung. Anzeige. Grafik. Eigentlich sollte es hier sein, aber hier ist nichts. Gameplay. Fadenkreuz. Dynamisch. Fadenkreuz. Stärke. Fadenkreuz. Transparenz. Munitionsanzeige. Bildschirmrandeffekt bei niedriger Gesundheit. Aus. Oh mein Gott. Das ist komplett aus. Okay. Jetzt ist komplett aus. Oh mein Gott. Jetzt weiß ich aber nicht mehr. Aber ich höre wahrscheinlich immer noch anhand seiner Stimme, wie abgefuckt er ist. Ah, jetzt ist weg. Okay, wenn man es ausstellen kann, dann beschwere ich mich nicht mehr darüber. Das war das Schlimmste. Okay, 102, 103. Wie komme ich zu 103? Ach, da ist die Tür zu. Okay. Ich habe trotzdem keine Ahnung, wo ich jetzt hin soll. Das Rosewater Park. Da soll ich hinkommen. Ich muss irgendwie zum Rosewater Park kommen. Oh Gott. Ja, wenn er humpelt, muss ich aufpassen. Ich bin noch nicht gestorben, ey. Ähm, wir müssen jetzt kurz die Karte studieren, dass ich weiß, wo ich hin muss. Hier kann ich hoch. Oben kann ich nicht durch. Im zweiten Stock kann ich wieder jetzt runter den ersten Stock. Oben. Da ist immer noch dieses Fragezeichen. Aber da kann ich noch nicht durch. Ne, da bin ich noch nicht durchgekommen. Ich gehe da kurz hin, ob ich da inzwischen durch kann. Aber sollte nicht. Das wäre schön, wenn ich da hinkommen würde. Ähm... Ach Gott, ich will die Karte nicht wegmachen. War schon in 117. Du brauchst gar nicht mir irgendwelche Tipps jetzt bitte geben. Hör auf, sowas zu fragen. Schau einfach zu, wenn es dich interessiert. Ähm... Da oben war ich gerade. Dann habe ich da diesen Menschen gefunden. Der hat mir einen Schlüssel gegeben. Und mit dem Schlüssel bin ich da oben hingekommen. Und da bin ich überall durchgegangen. Da bin ich so gut wie in jedem Raum gewesen. Da, 205 war zu. Zu 205 muss ich. Aber der war zu, der Raum. Wenn ich noch eins weiter hochgehe, da war ich auch noch gar nicht, weil das Treppenhaus komplett abgeschalten ist. Und als ich versucht habe, die Treppe da weiter hoch zu gehen, ging es nicht. Aber da hinten ist noch ein Treppenhaus, mit dem man noch eins höher könnte. Aber da sieht man auch, es fett zu. Und da kam ich noch nicht hin. Aber wahrscheinlich muss ich irgendwie in den dritten Stock und dann da mit der Treppe komplett runter, oben. Und dann bin ich hier und bin da auf der anderen Seite. Das ist wahrscheinlich das Endgoal. Ich würde jetzt einfach rumrennen, aber es sind echt viele Gegner noch da. Ich meine, diese eine Münze habe ich ja auch gefunden, aber ich komme da nicht ran. Ich werde noch ewig in diesem Bootszeit-Apartment sein. Aber ja, ich kann nichts anderes machen, als jetzt rumrennen. bis ich irgendwo weiterkomme. Weil wenn ich so gucke, war ich überall, wo ich hin kann. Aber das kann ja nicht sein. 406, 108, so war der komische Schrank. 10, 10, da komme ich nicht durch. Wo war ich gerade? Wo man hochgeht. Was ist das da? Das ist genau so eine Tür. Hier, wenn ich noch eins hochgehe, komme ich da durch, überall. Und dann da hoch, da rein, da rein. Da mache ich überall. Es macht nur Sinn, jetzt wieder da hinzugehen, wo ich gerade war, und da weiter zu suchen. Aber da war halt die Sackgasse bei 208. Und bei 205, bei 206, bei 205 bin ich nicht reingekommen. Was soll ich denn da jetzt noch groß gucken? Ich meine, vielleicht ist da oben auch ein Raum, der mich runterfallen lässt in den ersten Stock und dann bin ich da beim Fragezeichen und komme raus. Ich war kurz in diesem kleinen, schmalen Raum da. Aber ich habe nicht wirklich geguckt, was da ist. Da oben sind so viele Gegner. Okay, ich gehe da wieder zurück. Geht ja nicht anders. Aber ich kann die Abkürzung nehmen und hier einfach hochgehen. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Lass mich in Ruhe. Hier komme ich eben nicht weiter hoch. Auch wenn er da einfach drüber klettern könnte, ne? Das Problem. Naja, irgendwie wird es kennen. Er könnte einfach klettern, da tut es aber nicht. Da war noch einer. Nein, nicht noch einer. Was? War ich da drin? Eben. Hier war ich drin und jetzt kann ich da nicht rum. Wenn jetzt hier wieder ein Gegner ist, ne? Ja, und hier komme ich nicht rein. Das wäre wundervoll. Aber hier geht die Musik ab, sobald ich hier stehe. Oder muss ich irgendwie mit meiner Waffe was abschießen und dann... So ist es, so funktioniert das Spiel nicht. Oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Oh mein Gott, ich kann den Schrank wegschieben. Oh mein Gott, ich kann den fucking Schrank wegschieben. Oh mein Gott. Ich kann den fucking Schrank wegschieben. Okay. Okay. Bitte? Das hat man vorher nicht gesehen. Ja, weil es halt dauernd dunkel ist. Klar. Ich hätte halt einfach gucken müssen. Es war logisch, weil... Ich hab mir halt gedacht, okay, warum zeigen die mir jetzt den Raum? Einfach so als Info, dass da ein Raum ist, zu dem ich muss. Aber ich bin nicht drauf gekommen, einfach den Schrank wegzuschieben, ey. Rechts wo die Dächer die Nacht durchdringen, links wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Doch fand er sein Heim, das ihm lieb war und teuer. Der Fluss der Erinnerung führt ihn ins Fegefeuer. Ich fände, so Gedichte ist immer herausfordernd zu übersetzen, dass die immer noch sich reimen und alles. Und immer noch den gleichen Sinn haben. Respekt. Also vorhin hatte ich eine 4 im offenen Bild. Schade. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich das irgendwie an den Wänden finde, den Code, oder? Es ist peinlich, dass ich den Schrank nicht gesehen habe vorhin. Aber ich bin hier so schnell durch. Oder ist der Code da drin? Right where the rooftop pierce through the night. Right, left. Rechts und links macht halt Sinn von wegen... halt diesen Schrank, diesen Resort-Code. Zuerst nach rechts, dann nach links. Also quasi so viele Dächer nach rechts, so viele Schritte nach links. Aber woher soll ich wissen, wie viele Schritte und Dächer es gibt? Kann auch sein, dass es einfach für später ist, dass man hier zurück kann, wenn man genug Hinweise gefunden hat. Aber ich glaube nicht, dass ich jetzt... Oh Gott, hier sind Dächer. Sieben. Ich glaube, mein Mikro macht gerade Störsignal. Ich habe schon ein neues Mikro bestellt. Es wird Zeit. Es ist langsam im Arsch. Hier steht sieben. Und Schritte. Interessant. Jetzt steht es doch auf den Wänden. Ja, okay. Ich muss den Tresor aufmachen. Es ist nicht optional für später. Das wird ein Spaß. Also das mit der Sieben und den Schritten... ...weird schon sehr offensichtlich. Der Rest ist ein bisschen zu... ...kryptisch. Das ist auch noch sehr, ne? Kann sein, dass das random ist. Je nachdem Schwierigkeitsgrad oder halt einfach random. Aber hier ist zum Beispiel... Ein paar Sachen erkennt man halt sehr gut. Und dann ist da einfach eine Nummer daneben. Der Boden auch. Aber das Eindeutigste ist wohl... ...die Schritte. Sieben. Rechts, wo die Dächer die Nacht durchdringen. Links, wo die Schritte ihn nach Hause bringen. Also... Soll ich einfach Sieben und Vier machen? Weil das sind Dächer, Sieben. Und Schritte, Vier. Rechts, Sieben. Links, Vier. Kannst du nicht sein. Ne. Ne. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben. Eins, zwei, drei, vier. Ne, ne, ne. Also das ist wenn, dann die Sieben. Und ich muss noch was anderes... Also ich frage... Das sind die Schritte, die zum Haus... Schritte, die er nach Hause bringen. Ich muss die... Ich muss die Häuser, die Dächer noch finden. Oder soll dieses Symbol Dächer sein? Das ist doch... Das ist doch ein Fluss oder sowas. Das sind keine Dächer. Okay, Dächer. Aber wie sollen denn Dächer aussehen? Oder war da noch ein anderes Wort? James, ja, ich weiß. Ich finde nur die zwei Zahlen. Rechts, wo die Nächer die Nacht durchdringen. Ja, ich kann es einfach mal probieren. Elf. Elf und sieben. Davon das Reden zu spoilern. Was glaubst du? Was glaubst du? Dass ich dir für eine Antwort gebe auf diese Frage. Ach Gott, da. Oh Gott, 13. Hallo? Oh, geht's noch? Achso, es geht noch weiter. Es sind vier Zahlen. Heim, das ihm lieb war und teuer. Der Fluss der Erinnerung für den ist... Also der Fluss ist das Letzte. Doch fand er sein Heim. Ja. Heim. Ich muss nur suchen. Diesem kleinen Lämpchen. Aber es ist einfach nicht sichtbar. Und wenn man das Licht drauf hält, ist es komplett da. Sonst ist es gar nicht erst da. Es erscheint erst, wenn man Licht drauf macht. Also da ist das eine. Es müssen vier Zahlen sein, weil es sind vier Zeilen. Es liegt nicht daran, dass ich nicht weiß, wie das Rätsel geht. Es liegt daran, dass ich einfach nicht mit meinem kleinen Licht die Zahl finde. Ich kann nicht raus, ne? Ne. Ich werde mich so ärgern, wenn ich sie sehe. Ich würde mich so ärgern. Warum sind hier eigentlich diese vier Vierecke? Diese neun Vierecke. Das kann es aber auch nicht sein, oder? Neun. Oh Gott. Das ist Kacka. Was sagt die Karte eigentlich? Nix. Okay, Chris. Ich habe keinen Bock mehr. Sag es mir. Bin ich dumm? Gib mir einen Tipp. Muss ich einfach nur besser suchen? Ich finde nur drei Nummern. Was ist das für ein Kack. Hier drin nochmal haben wir Fluss, Dächer und Schritte. Es fehlt noch eine Zahl, soweit ich das verstehe, zu Heim, lieb und teuer. Also vielleicht so etwas wie Geld oder so. Oder ist es einfach nochmal die gleiche Zahl? Ist es einfach nochmal sieben, weil da das Heim drauf ist? Ist es, äh, sieben, ne, dreizehn, sieben, sieben, elf, sieben. Dreizehn, sieben, elf, sieben. Es sind nur drei Zahlen. Es sind vier Reihen. Mit jeweils einem Rätsel, einem Spruch. Und es sind trotzdem nur die drei Zahlen? Ich sehe es halt nicht ein. Ich hätte es schon längst probieren können. Aber, 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 aber. Ich denke doch dann, warum? Wenn es doch vier Zahlen sind, dann sind es doch vier Zahlen. Schwert. Also ich habe eine Münze. Halt, da ist ein Schlüssel. Aber es kam uns nur Spanisch vor, weil ich alles abgeleuchtet habe. Sonst würde doch jeder sagen, es sind entweder die zwei, weil nur bei dem ersten stand rechts und links, oder es sind alle vier. Warum soll ich denn drei Zahlen nur eingeben, wenn da vier Zahlen sind? Das waren auf Englisch auch nur, das waren auf Englisch auch vier Zahlen. Äh, wo bin ich? Wir sind jetzt hier. Und jetzt kann ich in 205. Und da ist die Action. Das sind ganz viele. Das sind aber, das sind alles Käfer. Hä? Ich habe doch gerade das ausgerüstet. Warum nimmst du die Pistole? Weil ich, sobald ich ziele, sofort die Pistole nehme. Oder nehme ich... Ah, wenn ich nicht ziele, dann schieße ich nicht. Okay, also ich kann beide Waffen benutzen die ganze Zeit. Nice. Ähm. Was ist das? Was steht da? Kann ich das jetzt aufmachen? Nice. Komm, gib mir Heilung. Jawohl. Kein Gestöhne mehr. Für was auch immer dieser Schlüssel jetzt war. Wir gehen da jetzt hin. Äh, Treppenschlüssel 2F. Kleiner Treppenschlüssel 2F. Ich war doch schon so viel in 2F. Wo ist es? Was, 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 was? Kleiner Treppenschlüssel 2F. Da oben. Ah, da oben. Ich kann immer noch nicht da zurück. Doch. Jawohl. Okay. Gegner? Hallo? Da laufen wir jetzt ganz schnell durch. Einfach geradeaus. Da ist ein Gegner. Wir laufen da jetzt durch und laufen dann hoch. Wir benutzen ganz schnell den Schlüssel. Komm her, komm her, komm her. Wie? Wie hat er mich getroffen? Er hat noch nicht mal gespuckt. Er hat einfach mich angerempelt. Schon, gell? Okay, nice. Hier. Ich finde ja, die Dinger sollten einen komplett heilen. Das waren die Zahlen aus dem Reim und den im Raum versteckten Zeichnungen. Ja. Aber. Es waren drei Zahlen anstatt vier. Und der Reim bestand aus vier Sachen. Was echt ein bisschen verwirrend war. Wie habe ich das jetzt aufgemacht? Ah, nee. Ich bin hier komplett neu. Okay. Sollen wir erst hoch oder sollen wir erst runter? Weil wir waren irgendwie noch gar nicht. Vielleicht kann man gar nicht nach oben. Schauen. Ich bin immer noch. Mir tut es immer noch weh. Ach, weil der Typ mich einmal kurz angerampelt hat. Ähm, geradeaus geht bestimmt nicht, oder? Nee. Mehr Pistole als Heilung. Bitte spiel. Gib mir grüne Pflanzen. Schlüssel. Schlüssel. Gegner. 311. Wo? Wo ist das Viech? Ja. Warum versteckt es sich? Ich sehe es doch. So unfair. Es versteckt sich. Ich bin tot. Wow. Ein paar Hosen. Doppelhosen. Du bist gestorben. Danke. Du bist gestorben. Und haben wir Autosave? Existiert das hier? Zumindest nicht zwischen dem Punkt, wo ich jetzt war. Okay. Ich renne mal gegen die Türen, damit es auf der Karte steht. Oder ist es auf der Karte, weil ich... Nee, es ist eben... Es ist wirklich komplett nichts. Hat sich gespeichert. Alter, da war Munition. Mal sehen, was sind die Hosen stärker als die Zwangsjacken? So, der huscht jetzt da um die Ecke. Okay. Da gehe ich gleich hin. Da ist auch einer. Man denkt halt auch, okay, irgendwann habe ich es raus, wie ich die bekämpfe. Aber es ist schon... Man muss echt aufpassen, wie man ausweicht. Und ich bin da echt nicht gut darin. So, der ist jetzt hinter dem Tresen da. Kann ich da einfach eine Granate kurz rüberschmeißen? Renn doch auf ihn, schlag ihn doch! Ich komme gar nicht zurecht. Wo ist der? Man sieht halt nichts. Also, die Kämpfe in den Wohnungen sind schon sehr unangenehm. Ich weiß noch nicht, ob ich mir die Schuld geben soll oder dem Spiel. Eher mir natürlich. Aber wie der Gegner rumspringt, du bist so verloren, du siehst nichts. Alles ist dunkel. Du hast keine Ahnung, was abgeht. Dem Controller die Schuld geben. Stimmt, das habe ich vergessen. Das geht auch noch. Ich sehe dich, Mann. Uff! Ich dachte, ich kann hier ewig jetzt warten. Alter, wenn du ihn halt auch nicht triffst. Komplett im Arsch wieder. Man wird so bestraft, wenn man schlecht kämpft. So bestraft. Die steht da und ich denke mir, okay, jetzt kann ich ein bisschen chillen, aber die greift einfach an. Die Hosen sind echt ein bisschen schnell. Boah! Ich kann ja auch schießen. Hinter mir ist eine, ne? Was hat mich umgeborst? Hinter mir? War hinter mir etwas? Und ich habe, da ist null Autosave, oder? Ja, krass. Ja, hinter mir war, ich habe etwas gehört hinter mir. Aber ich war halt ein bisschen beschäftigt. Krass. Also hier ist alles voll mit Hosen. Aber wir kriegen das. Ich weiß jetzt, wo sie sind. Und ich benutze vielleicht ein bisschen mehr Pistel. Aber nicht bei den ersten. Klar ist es effektiver mit dem Schießen, aber... Ich will halt das Schießen nicht die ganze Zeit benutzen. Warum? Ich weiß, wo es ist. Ich habe hingeschlagen, wo sie steht. Das ist halt... Also ich weiß, wo sie ist. Ich gehe rein, drehe mich da hin und schlage. Und er schlägt daneben. Und es ist halt so... Mh... Alter, da war aber... War da nicht irgendwas, weswegen ich hier reingehe? Sonst muss ich ja gar nicht hier reingehen. Hier ist nichts drin. Aber hier ist was zum Heilen. Hallo? Hallo? Sprengt, sprengt, sprengt. Man muss halt echt... Wenn man es halt aus den Augen verliert. Das ist so gemein. Das geht schon. Man muss wirklich halt bemerken... Ah, er greift an. Ausweichen. Das ist ein bisschen Souls-like, ne? Okay. Wir verzeihen ihm. Ne, man muss halt im richtigen Moment ausweichen. Dann geht's. Aber es ist nicht leicht, wenn man kaum was sieht. So. Wo war jetzt die nächste? Im Gang, oder? Ich bin schon wieder krass im Arsch, glaube ich. Was ist dieses Schießen? Was ist dieses Schießen? Was ist dieses Schießen? Dieses Schießen in diesem Spiel. Grüße von Flo. Ich bin so erschrocken. Tatsächlich jedes Mal, wenn der Raid-Alert kommt, ist es leicht so ein bisschen... Flo, vielen, vielen Dank für den Raid. Ich weiß nicht, was die Leute jetzt hier erwartet haben. Vielleicht kennt ihr mich. Ich war schon öfter bei Quizzes vom Flo dabei. Ich mache tagsüber jeden Tag Pokémon-Content. Zurzeit... Heute haben wir Trading-Card-Game gespielt für den Gameboy. Weil ich da alle Achievements holen will. Aber im zweiten Teil. Und nachts zur Zeit, ich liebe Silent Hill, zur Zeit spiele ich nachts einfach so für mich ein bisschen Silent Hill. Herzlich Willkommen, herzlich Willkommen. Hallo Vortex, hallo Omega, hallo Markast, hallo, hallo Kev. Grüßt euch. Hallo Kenobi. Dankeschön, dankeschön. Vielleicht gefällt euch ja ein bisschen Horror. Lehnt euch zurück. Es ist schon gruselig. Es ist schon gruselig. Vor allem sieht man nichts einfach. Also wenn ihr euch denkt, oh ich muss meinen Bildschirm wieder ein bisschen heller stellen. Naja, das gehört so. Und ich bin krass tot. Hier dieser Bereich ist voller Gegner. Und die machen mich fertig. Ich bin echt nicht gut genug für diese Kämpfe. Die lauern um die Ecken. Um den Ecken? Da ist ein Heil. Da ist Heilung. Ist da was? Die haben bestimmt diese Rolle so platziert, damit es aussieht wie so ein Hosenbein. Das war nicht mal Heilung? Wow. Also zähl. Ich muss Hosen töten. Doppelhosen. Ich weiß, dass hier etwas ist. Ich weiß, ich kann es spüren. Alles sieht ganz normal aus, aber das ist es nicht. Tief unten, da pulsiert etwas. Versucht hervorzubrechen, oder? Oder soll ich zu ihm gehen? Ich muss es freilegen. Es aus seinem Versteck reißen. Nee. Bin ich jetzt hier reingegangen für diesen Brief und für zwei Pistolen. Zwei Munition. Googeln heißt das. So, ich hab doch... Wo war der Gegner? Da war doch einfach... Und dann kam hinter mir noch einer. Also danach, wenn ich aus diesem Gebäude hier rausgehe, sind hinter mir die toten Hosen. Ich hab da was gekillt und wurde von hinten umgebracht. Wo war die? Wo war da eine zweite Hose? Oh mein Gott, da ist keine. What? Das Spiel ist random. Die Hose ist weg. Da stand die Hose. Hier stand die Hose. Die stand hier. Die ist weg. Ah, ich hörte sie doch. Hallo. Wo ist deine Freundin? Oh mein Gott. Shit, shit. Ja, gleich Panik kriegen. Natürlich. So macht man das besonders gut. Geh weg. Lass mich Levi tragen. Okay. Levis? Lewis? Levi? Wie sagt ihr zu den Jeans? Levi, ne? Levis. Ich hab ja mal Levis gesagt. Dann hat irgendein cooles Kind in der Schule gesagt. Das heißt Levi, du Idiot. Dann musste ich dem Folge leisten. Zwei Hosen sind besser als eine. Warum? Du kannst jede Hose auch von innen nach außen drehen. Schon hast du zwei. Halt nicht gleichzeitig, aber. Warum macht es hier Geräusche? Wo ist Gegner? Es gibt echt keine Autosaves. Das macht mich fertig. Ackermann. Was? Ich hab Angst. Ich hab doch keine Munition. Du Drachenraid. Drachenraid. Hallo, Lenium. Hallo. Ach, mein Millennium. Ich bin dumm. Mein Millennium. Hallo. Dankeschön. Ich hab dir da wen mitgebracht. Mariko war das? Drachenraid zum Pokémon-Star. Drachenraid zum Pokémon-Star. Warum? Warum? Was hast du denen erzählt? Erzählt, dass hier der Pokémon-Content ist. Und dann sehen sie Silent Hill und meine schreckliche, schreckliche, meine Skills, die nicht vorhanden sind. Lenium, das ist Maimil. Maimil. Malik hat dich empfohlen, aber ich kenn dich eh schon von YouTube. Oh, dankeschön. Ich mach normalerweise nur Pokémon tagsüber, aber zur Zeit nachts, weißt du, so Halloween-Spooktober und so, geh. Machen wir ein bisschen Silent Hill. Und ich find's sehr gut. Ich bin nur echt schlecht. Vielleicht muss ich auf einfacher stellen. Ich bin nur echt schlecht. Ihr werdet's jetzt sehen. Denn hier ist bestimmt ein Gegner drin. Wobei, die Musik hat aufgehört. Ich hab's Gefühl, wenn ich ziele, sehe ich mehr. Gott, Highlight-Item. Bitte, gib mir ein Highlight-Item. Oder einen Speicherpunkt. Hallo, all. Soll ich alle vorlesen? Namine. Satanika. Hallo, hallo, hallo. Oh, roar. Bist du auch? Kann schnell hier lang gehen. Draußen sind keine bösen Hosen. Sondern Highlight-Items. Let's go. Injektion. Los. Warum unterscheidet man zwischen Gesundheitsdringen und Injektion? Injektion ist, glaube ich, Full Heal. Den ich auch gebraucht habe, ehrlich gesagt. Da passt eine gute Hose rein. Da passt die Doppelhose rein. Können wir das schieben? Also, wenn du auch ein bisschen dich anstrengen würdest, Leon, James, könntest du da locker drunter passen. Ein Brief. Ich lag falsch, falsch, falsch. Leider stimmt ich ganz, aber ich lag auch nicht richtig. Ich muss noch mehr Schichten abziehen. Abreißen, bis das Blut hervortritt. Düstere Notiz. So, kommen wir irgendwie... Irgendetwas dem... Nee, dem Ende. Hier sind noch so viele Zimmer. Es sind noch so viele Zimmer. Ich komme hier nicht mal raus. Was? Ich komme hier nicht raus. Hä? Was? Was? Wie? Was? Pokémon und Silent Hill ist schon ein großer Unterschied. Kommt drauf an. Ich habe nicht aufgepasst. Da passt man kürzlich auf. Und schon wird man von der Pose befummelt wieder. Ich will nicht mehr. Ich will nicht mehr. Ich will zu meinem Pokémon zurück. Ja, weißt du... Ich hole halt aus und dann kann ich nicht ausweichen. Der holt halt auch aus wie so ein 80-Jähriger. Oh, ich habe getroffen. Oh, ich habe getroffen. Lass mich über Pokémon reden. Äh, ja, Pokémon. Das passiert, wenn man als Streamer keine Hosen trägt, dann entsteht sowas wie Silent Hill. Ich glaube noch nicht mal, dass das Hosen sind. Es ist eher der Sinn, der Inhalt einer Hose, wenn man zwei Hosen aufeinander näht. Und dann, was dann da für ein Mensch reinpassen würde. Ich habe mich komplett Full-Heal gerade gemacht und ich bin wieder komplett im Arsch. Komplett im Arsch. Und ich weiß nicht, wo ich rauskomme. Ich weiß nicht, wo ich lang. Der Raum war auch komplett sinnlos. Weil ich habe einen Gegner drin gefunden und ein Heil-Item. Aber der Gegner hat mir mehr Schaden gemacht, als das Heil-Item wert ist. Wo muss ich hin? Es kann nicht sein, dass ich zurück muss. Aber ich war... Ich war da. 309, 311. Okay. Aber da komme ich doch her. Ich muss doch nach rechts. Warte mal. Wo muss ich hin? Ich bin... Ich bin... Ich bin... Hä? Ich habe doch auch nichts gefunden. Also, okay, ich gehe zurück. Hä? Hä? Ich checke es gar nicht. Wofür bin ich jetzt all diesen Weg gegangen? Ich habe kein besonderes Item gefunden. Sondern nur Hosen bekämpft. Habe keine XP dafür bekommen. EP-Teiler hat nicht funktioniert. Und... Ich habe schreckliche Sachen durchgemacht. Ich gehe gerade den ganzen Weg zurück. Er meint, sind Sie am Wochenende in Deutschland, genauer gesagt in Hamburg? Hä? Ach, nein. Warum? Sollte ich? Ist da was? Achso, Polaris ist da. Nee, 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 nee. Wenn ich es nicht mal auf die Gamescom schaffe, dann schaffe ich es auch nicht auf die Polaris. War das hier alles optional? Weil ich... 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 Ich konnte ja auch runter. Und ich dachte mir dann... Ach, gehen wir mal nach oben. Sag jetzt nicht, ich hätte einfach nur runtergehen müssen. Hätte mir... Weil dann lade ich neu. Dann lade ich neu. Weil ich habe da oben nichts gefunden, außer Munition und Heil-Items, die ich sofort wieder verschwendet habe. Ich schaffe es nur noch Summer Breeze, genau. Ach, Leo. Nein, nein, nein. Wir wissen noch nicht, ob ich es falsch gemacht habe. Klick. Ich mag Conventions. Auf den drei, die ich in meinem Leben war. Oh, kommt hier die Stelle mit dem Typen? Ich glaube. Achtung, Cutscene. Cutscene. Ey, soll ich wirklich neu starten? Weil da oben war nichts. Ich glaube, der Teil da oben war nur dafür da, um potenzielle Munition und Gesundheitsmedien zu sammeln. Was ich nicht geschafft habe. Okay. Dankeschön, Millennium. Vielen Dank für den Raiden. Schöne Nacht noch. Ja, wenn ich nicht dann doch da hin muss. Aber eigentlich funktioniert das Spiel nicht so. Auch Leon genannt. Oh, Eddie. Eddie, okay. So, uh, do you live here, Eddie? No. I'm not even from this town. It's just... Something brought you here. Yeah. Yeah, you could say that. I... Well, they came at me. I didn't know what to do, so I ran. I came here. Figured it might be safe, but then I found the guy in the fridge. Easy. Deep breaths. Boat Guy. Ich will ihn sehen. Welcher Guy in the fridge. It's not safe. These things and... This whole town. There's something wrong with it. Might be best if you just get out of here. Yeah. Yeah, you're right. You want to come with? Maybe together we can find a way out of this town. Oh, sorry, but I can't leave. Not yet, I... Wundert er sich eigentlich auch nicht über die Dämonen oder sowas? Ist ja nicht immer komisch, wenn in Horrorfilmen oder Spielen sich niemand drum... ...druber schert. Also, James hat kein einziges Mal gesagt, was zum Teufel geht hier, Lobsweig? Was geht hier ab? Kein einziges Mal. You too. Nicht kotzen. Nicht kotzen. Ja, ich starte nicht... Also, ich lade das nicht neu, weil... Ich habe im Endeffekt sogar mehr Leben als davor. Minimal. Es hat nur nichts gebracht, einfach der Weg. Aber es ist halt so in dem Spiel, dass wenn ich... Wenn ich dieses Hotel hier verlasse, dann komme ich da nie wieder zurück. Es ist nicht so, als ob das jetzt ein Open-World-Game ist oder sowas. Also, ich komme hier nicht mehr wieder. Deswegen, wenn ich jetzt hier das Hotel verlasse und ich musste nie nach oben, war das da oben umsonst. Das ist ein Typ. Das ist ein Typ. Leute? Mitternachtssnack? Überlegt es euch nochmal. Überall lauert der Final Destination tot. Ich sehe nichts, aber ich habe mich daran gewöhnt inzwischen. Das ist aber echt die Frage, ob ich hier überhaupt jetzt rauskomme. Sieht nicht so aus, ne? Oh doch. Ich komme raus. Ich hätte einfach nur hier hingehen müssen. Dieses ganze Hosendebakel da oben war umsonst. Aber jetzt komme ich raus und kann zum Rosewater Park. Oh mein Gott. Hello, everybody. Ähm. Rosewater Park? Jemand mir sagen, wo lang? Ah, jetzt steht da wahrscheinlich, dass ich den Schlüssel brauche. Du verdammtes Scheiß. Türgung. Ja, ich kann nicht mal die Karte anschauen. Okay, hier komme ich. Okay, das ist ein Rundgang. Okay, Rundgang, 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 Rundgang. Abgeschlossen. Und dann speichere ich einmal kurz hier, damit wir die Cutscene gesehen haben. Hä, wie komme ich da draußen raus? Es kann auch sein, dass man das nachholen kann. Ich meine, das Remake kenne ich ja nicht. Aber ich glaube, im Original, wenn du da das Hotel verlässt, dann gehst du da nicht wieder zurück. Aber vielleicht schon. Weiß nicht. Okay. Okay, Fragezeichen. Ich will im Rosewater Park raus. Wahrscheinlich ist im Pool etwas, wo die ganzen Viecher drin sind. Okay, aber ich habe gespeichert. Wir können nachschauen. War das da? Ja, da, der Kinderwagen. Mal gucken. Kannst du da runterspringen? Oder müssen wir... Wir... Was? Er bleibt hängen. Müssen wir... Weil da ist gar keine Treppe. Wie soll ich denn da... Ach, da ist eine Treppe. Okay. Können wir noch irgendwelche coolen Heil-Items hier oder so? Ich kann auch alle abknallen. Wahrscheinlich kann man einfach so viel Munition sammeln, dass man die jetzt einfach von Weitem abknallen könnte. Oh mein Gott, stimmt. Ich muss ja eigentlich die Münzen sammeln. Nee, wir sind ja noch lang nicht fertig. Wir sind ja noch lang nicht fertig. Aber das ist jetzt hier Eddys Zimmer. Wir sind ja noch lang nicht fertig. Ich muss ja... Muss ich die Münzen sammeln? Wahrscheinlich. Ich muss bei dem Kreis die Münzen reintun. Gibt es hier irgendwo etwas, weswegen ich noch hier sein soll? Sieht nicht so aus. Wahrscheinlich öffnet sich dann das fette Tor, wenn ich alle Münzen eingesetzt habe. Ich setze jetzt mal die zwei Münzen ein, um zu schauen. Vielleicht passiert dann was. Das sind sogar fünf Münzen. Alter. Ist das nicht sogar Rätsel hier? Drei glänzende Münzen, drei glänzende Münzen, fünf Löcher darin. Unter dem Baum sitzt sie, sinkt vor sich hin. Der Wind erweht, der Markt in den Rücken. Allein wächst das Blümlein voller Entzücken. Huff. Dann kam der Mann so edel und schau mal mit goldenen Augen im Mondlicht. Ach, schwar. Ach, schwar. Also hier ist noch nicht mal die Rede von Münz, von, von der Schlange. Ist die Schlange oben? Nee. Auf jeden Fall fehlen mir noch verdammt viele Münzen. Wow. So wie trotzdem mal da rein. Kann ich die Münze? Okay. Ich kann die Schlange da rein tun. Drei glänzende Münzen, fünf Löcher darin. Okay, es sind drei. Eigentlich brauche ich nur noch eine und die eine ist in diesem Loch drin. Und in diesem Loch, da kam ich nicht hin, weil die zu tief unten ist. Also ich brauche sowas wie, ich muss wahrscheinlich irgendwo einen Schalter betätigen, damit das, damit der Müll runtergelassen wird. Und das habe ich noch nicht gemacht, ich trottel. Also ich glaube, da wo das Fragezeichen ist, da war der Müll. Und der ist verstopft. Und deswegen muss ich in dieses, in diesen Raum da rein. Und da ist immer noch ein Strich. Vielleicht muss ich auch einfach nur die Verstopfung lösen. Schauen wir noch mal kurz da raus, wo diese Verstopfung war. Das habe ich so abgetan mit diesem Müll, wo wir vorhin über den Müll geredet haben. Aber es ist eine wichtige Stelle. Was muss ich noch finden? Ne, da, hinter mir. So, da. Ich schätze. Hier. Hier droppt die Münze dann runter. Wenn ich diese Verstopfung löse. Müllschacht außer Betrieb bitte nicht benutzen, bis das Problem behoben ist. Wir beheben das Problem. Wir müssen das Problem beheben. Die waren alle vorhin noch nicht da. Die sind erst gekommen, nachdem ich mit Eddie geredet habe. Okay. Das heißt, ich muss irgendwie noch mal ganz hoch. Und noch mal da reinschauen. Da hoch, dann runter, da rein. Ah, da war die Münze. Gucken wir da noch mal hin einfach. Ja, es muss damit zu tun haben, dass da eine Tür ist, die ich noch nicht aufhabe. Gehen wir einfach noch mal da hin. Da, wo wir... Da, wo ich gerade gesagt habe, hey. Das hat nichts gebracht, dass ich da oben war. Vielleicht habe ich nur nicht gescheit probiert, die Tür aufzukriegen. So, raus. Oh mein Gott, das habe ich nicht eingesammelt. Schießen. Speichern. Überall speichern. Das ist schon krass, dass es kein Autosave gibt. Ich glaube, es gibt Autosave. Aber nur, wenn ich jetzt zum Beispiel das Hotel hier verlasse, dann gibt es ein Autosave. Ich habe vorhin, glaube ich, mal so ein Symbol blinken sehen. So, das war zu. Das hier sollte jetzt alles frei sein, weil ich die Hosen in Hosengenozid betrieben habe. Hier. Da, da, da ist Schlüsselloch. Ich komme nicht rein. Da muss ich rein. Wo finde ich Schlüssel? Das heißt, hier auf diesem Stockwerk muss ich einen Schlüssel finden. Deswegen bin ich doch bestimmt hier. Ich habe keinen gefunden. Und ich war nicht in Zimmer 313. Vielleicht komme ich in Zimmer 313. Wenn jetzt hier noch eine Hose ist, ne? So sauer. So, ich bin so verstört dann. Dahinter ist Zimmer 313. Überall die Hosenleichnam. Bitte. Wacht nicht auf. Ich gehe jetzt einfach nochmal den ganzen Weg ab. Es muss hier Schlüssel geben für die Mülltrennung. Für das Müllabteil. Weil dann kann ich oben drauf drücken und dann durch den krassen Schwupps löst sich dieser Brocken und dann fällt die Münze in den Hof. Ich kenne doch meine Rätselspiele. Hat der ein kaputtes Bein? Du, der, 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 da ist, da ist, draußen ist diese Feuerleiter und da ist einfach so ein Karton, bei dem er locker drüber klettern könnte. Also, die sind hier, ich meine, man kennt es doch, das ist halt Spielmechanik. Okay, ich dachte schon, ich habe diese Tür nie gecheckt. Es hätte sein können. Oh mein Gott, ich bin da nie rausgesprungen. Aber es geht auch gar nicht. Lass im Fenster springen. Hier ist kein Müllschlüssel. Hier ist einfach kein Müllschlüssel. Und hier ist jetzt da, hier komme ich noch eins weiter. Aber im Moment würde ich mir auch nicht zutrauen, eine Tür einzutreten. Und hier war ja fette Sackgasse. Und hier war erst rechts Sackgasse. Oh mein Gott, ich kann X drücken an dem Ding, wo ich gesagt habe, du passt da locker drunter. Oh, das war nicht im Tutorial. Im Tutorial war, drücke X an Spalz, an Spelten, an Spalten. Das war kein Spalt. Ich dachte mir, das ist nur ein Indiz, dass da ein ekliges Tier ist. Aber ich kann hier einfach drunter, bloody Apple, rings. Oh, ich habe es tatsächlich genommen. Ist das vielleicht das, was ich da runterschmeißen muss? Und das ist der Raum? Das ist der Raum? Oh Leute, das ist schon zweimal jetzt peinlich gewesen. Einmal den Schrank nicht gesehen, dass ich den verschieben kann. Aber so läuft es, ne? Und dann backtrackt man und wundert sich und ist so verwirrt. Und hä, wo geht es weiter? Und dabei hat man einfach das Offensichtlichste verpasst. So. Sind die Hosen wieder da wahrscheinlich? Saft in Dosen. Also es war sehr gut, dass wir nicht resettet haben, ja. Mit ein bisschen Schwung. Was kommt denn so? Ah ne, da ist die Münze. Da müssen wir nur noch verstehen, wo die Münzen hinkommen. Und ich schätze mal, Radio geht schon an. Dass die Gegner wieder da sind. Und... Yippie, aye, aye. Bruh. Der war nicht schlecht. Beide Mal habe ich es auch nicht gecheckt. Ich meine, du steuerst ja das Spiel auch nicht. Es ist ja auch echt schwierig zu checken. Wenn ich sage, oh, guck mal, ein Schacht. Okay, da hättest du sagen können, hey, drück doch da X. Aber wie sollt ihr... Also das ist ja nicht eure Aufgabe. Ich glaube, das ist schwierig. Ah, ich kann... Ein Kreis, okay. Kann nicht sein, dass hier jetzt nichts kommt. Speicherpunkt, Speicherpunkt, Speicherpunkt. Give me the safe. Dabei ist es so einfach, ne? Wenn ich das jetzt sehe, wie wir das gemacht haben, und man weiß das von vornherein, dann dauert es hier zehn Minuten. Dann ist man hier durchgerannt. Einfach in allen Gegnern vorbei. Man muss halt nur einmal den perfekten Weg wissen. Also natürlich habe ich den morgen wieder vergessen, den Weg, aber... Man kann ihn lernen. Und... Jetzt gehen wir... Ich weiß natürlich genau, wo ich hin muss. Warum ist da ein fettes Ausruhezeichen in der Mitte? Achso, genau. Das ist... Ich denke die ganze Zeit, das ist Foyer, aber das ist... Der Müll. Gegner, Gegner? Nein. Willst du es nehmen? Schon lange. Okay. Und dann... Das ist jetzt, glaube ich, auf der anderen Seite. Ja. Drei glänze Münzen unter dem Baum sitzend, sitzt sie, sinkt vor sich hin. Sie sitzt unter dem Baum, sitzt vor sich hin. Keine Ahnung wer. Der Wind, er weht, der Magd in den Rücken. Allein wächst das Blümelein voller Entzücken. Und dann kam der Mann, so edel und schmal, mit goldenen Augen im Mondlichter schmal. Und dann kam der Mann, so edel und schmal. Aber die Schlange verwirrt. Oh Gott, ich kann drehen. Da ist eine Blume drauf. Da ist ein Schwert, okay. Blume. Wo war die Blume? Ich meine, da oben steht es. The wind from behind the maiden does blow. Beautiful flower alone has grow. Three bright coins. First sits the maiden underneath the tree. Münzefrau. Okay. Underneath the tree. And here comes the man, so sleek and so fine in the pale moonlight. Moonlight ist links. Dann sag ich mal, ist die Blume rechts. Oh, es geht weiter. The man doth approach his blade. Now revealed his face disappears behind shining steel. Ja, es muss halt jetzt, ich muss es jetzt, muss ich einfach nur umdrehen. Away from the man doth the maiden flee. Towards the flower away from the tree. Okay, also ich dreh das zum Schwert. Und ich mach's eins zur Frau hin. Die Frau hat Angst. Oh, die Frau wird sterben. Und die Frau mach ich rüber zur Blume. Richtig. Where once grew a flower, a venomous glee. Where once was a maiden, but a stone doth be. And over... Ah, venomous. Okay. And over her grave the man doth remain. His blade never met the wild serpent's vein. The beast who its teeth in her flesh doth bore, he who has faith, she who is no more. Now unto you falls a grievous chore, who carries blame for what fate had in store. What? Jetzt check ich's gar nicht. Brauche ich noch in der Mitte was? Ich schätze, dass ich das in der Mitte dann bekomme. The beast who its teeth in her flesh doth bore. Ich hab kein Biest. He who has failed, she who is no more. Now unto you falls a grievous chore, who carries blame for what fate had in store. Ich hab's Gefühl, ich muss hier oben was einsetzen. Die boshafte Bestie sieht bis schnell zu. Er bettet die Magd zur Ewigruhe. Okay, jetzt versteh ich's besser. Es geht immer noch um die Schlange. Auf dich fällt die Entscheidung schwer. Wer trägt die Schuld in dieser... Achso, ich soll entscheiden, wer schuld ist. Der Mann. Er hat die Frau zum Weglaufen gebracht. Ist das immer anders? Schlüssel zu Apartment 201. Cooles Rätsel. So mag ich das. 201. Wo ist das? Da drüben. Okay. Was soll ich jetzt da finden? Schlüssel zu dem fetten Gate. Gott, bin ich im Arsch anscheinend. Ich finde, wer sollst du mit der Schlange treffen da? Ja, zuerst war halt Serpent und dann haben sie Beast gesagt im Englischen. Deswegen war ich verwirrt, deswegen dachte ich, ich brauch noch ne Beast-Münze. Aber es war beides mal die Schlange. Englisch, äh, das Deutsche hat's besser erklärt. Aber der letzte Satz hat's eigentlich getan. Man sollte einfach selber entscheiden, wer Schuld hatte. Ich weiß gar nicht, ob ich alles wählen konnte. War das bei Silent Hill so, dass man, dass Entscheidungen das Ende beeinflussen? Verwechse ich das gerade? Okay. Bitte keine Gegner. Ist es hier schon? Ah ne, das sind nicht die Gitter. Okay, das sind nicht die Gitter. Das wär Quatsch gewesen. Ich dachte, es ist dieses Gitter, wo ich jetzt die Frau treffe. Bin zu dumm für solche Rätsel. Ah, im Endeffekt ist es einfach nur, du liest ein paar Wörter raus, die bedeutend sind. Und der Rest ist einfach nur so Polster. Und dann reißt du die so auf, wie sie geschrieben sind. Gott, ich kann mich heilen. Ew. Gehen wir jetzt das erste Mal in die andere Welt. Eieiei. Hast du gefragt, warum ich nicht einfach drunter krieche? Ach, ich war zu dumm. Oh Gott. Guck doch nicht. Schlag, wenn es schon vor dir ist. Schlag. Da rechts daneben ist noch eins, Mann. Oh. It's him. Für wen spielen wir dieses Spiel? For him. Just do it for him. Selbst wenn ihr kein Silent Hill kennt, ihr kennt diesen Charakter. Diesen wundervollen Charakter. Was geschieht. Ja, im ersten Film ist es ja echt gut gemacht. Das ist Pyramid Head. Bro. Schießt doch wenigstens auf den Körper. Er hat gar nicht geschossen. Doch, da sind die Löcher. Okay. Ja, ich kenne das Original. Ich habe das gespielt, als es damals draußen war auf dem PC. Ich habe es immer noch. Und auf PS3 habe ich es platiniert sogar. Mehrmals durchgespielt. Aber ich erinnere mich nicht an viel. Wieso greift er mich nicht an? Keine Ahnung. Folge ihm. Beste Idee. Hat er gerade hörbar geschluckt? Dumm. Was ist das für ein Comic? Wach hörbar schlucken. Hallo, Ulaymon. Dankeschön. Dankeschön. Hallo. Äh, Zoom. Ich kann nicht viel machen. Ich erkenne nicht viel. Stofftaschentuch. Molotow. Wir bauen einen Molotow. Nein, tut mir nicht. Okay. Ist es jetzt Zeit? Wollt ihr sehen, was das wahre Silent Hill ist? Ich glaube, es kommt jetzt. Ich glaube, es kommt jetzt. Oder nicht? Otherworldly? Otherworldly? Okay, aber wir sind noch nicht in der anderen Welt, oder? Also halb. Sieht schon langsam so aus. Aber ich brauche die geile Animation dafür. Der Putz muss sich von der Wand blättern. Hallo, der real Saki. Saki? Saki. Hallo. Dankeschön. Wir haben wirklich jetzt das Haus gewechselt. Aber ich kann eben nicht zurück. Vielleicht kann ich irgendwann zurück, aber ich glaube nicht. Das sind wirklich so Abschnitte. Das ist eigentlich näher. mehr übersicht guten morgen ich gehe aber jetzt schlafen gute nacht gute nacht dankeschön saki herzlich willkommen ich schätze mal ihr habt das auch gemacht sein enthill basiert auf einer wahren geschichte natürlich wie alles wo was hier ist nichts was falle ich da jetzt runter ich glaube ich falle da runter hier ist sonst nix mehr goodbye okay wand durchbrechen wie weit seid ihr also wenn du die stelle nicht erkennst dann wahrscheinlich noch nicht da wo ihr seid weiß ich nicht wir sind eigentlich aus dem ersten haus gerade rüber ins andere haus ich habe das gerade auf google gelesen und bin schockiert nein silent table beruht nicht auf was wie denn was wie liest du das hast du das auf der bild gelesen ist ja nicht hier einer lang gelaufen aber da ist eine wand ich habe da keine hosen da hinten steht der und das die musik fängt wieder an die geile musik das horror städtchen einem wahren ort nachempfunden die geschichte von silent hill die in verschiedenen videospielen und film umgesetzt wurde handelt im wesentlichen von einer horror städten angst und bestrafung regieren das heißt die stadt gibt's aber das ist nicht passiert in der stadt springfield gibt's auch aber da sind die menschen auch nicht gelb angemalt jetzt gibt's noch mehr mehrere springfields der jungen kotzt viel zu weit warum sind da mehrere hat er einen panzer an er hält so viel mehr aus als die anderen wo ist ich sehe nicht wo komisches gesicht oh mein gott hab ich's besiegt man okay ich hab's besiegt der ich glaube aber der sah auch ein bisschen anders aus ich glaube der hatte ganz viele nägel und so im kopf hellraiser wenn die geschichte wahr ist fahren wir morgen nach silent hill und probieren ein paar hosen an so dumm die stadt der laufenden hosen warum bist du denn jetzt schon wieder so kaputt ey steckentempo arbeiten wir uns durch 205 habe ich jetzt nicht gecheckt egal mm 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 motten oh daran kann ich mich noch erinnern an ein zimmer wo so viele motten waren ich weiß nicht ob ich mich sicher fühlen kann in einem raum mit einem speicher punkt gute nacht so spät geht's ins bit unglaublich ich glaube wir sind safe äh henry hat angst vor scott er flieht und sucht das weite er flieht ganz flink nach westen auf die andere seite doch mildred kommt zu ihm leer ist ihr gesicht scott liegt ganz flach da sah ihren abstieg nicht war eine uhr drauf ich brauch mal wieder draußen ey ich will raus ich will nicht mehr in häusern sein bei zaki wir sind draußen shit draußen ist nicht besser leute warum ist es denn jetzt dunkel mensch james wenn man auf so ein abenteuer geht dann fährt man in der früh los und nicht nachmittags und nicht nachmittags geh mal wieder rein geh mal wieder rein geh mal wieder rein oh shit oh shit dein ernst hallo was ist mit meiner lampe los einfach macht was sie will im richtigen moment geile moment gut gemacht da hat james jetzt bisschen angst mir gehts gut ich hab keine angst nachbarn sind aufdringlich genau genommen bin ich aufdringlich weil ich hab einfach naja ähm das ist nicht mein zuhause ich suche mal nach meiner toten frau ich suche mal nach meiner toten frau ich hätte noch rüber gehen können zu 210 vielleicht naja ich mach mal weiter what 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 was los was los was los warum warum oh was das ist ein fucking käfer aus trotzdem ich bin die anfangen an der kreuz an der bühne decke zu krabbeln muss doch da sein oder chill it's morbin time da kann man raus mach das doch nicht mit der lampe ey mach das doch nicht mit der taschenlampe einfach wenn ich gechillt hier rumsuche mach das wenn krasse cutscene kommt aber doch nicht wenn ich einfach nur in einem badezimmer stehe hoch nein es gibt mehrere stockwerke ich dachte das gebiet hier ist schön klein ja es bringt gar nichts hoch zu gehen doch ei 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 gott diese kamerabewegung das ist ein guter moment um da entgegen einzustellen da lirkt was steh ja nicht auf später steh ja nicht auf hab ich die besiegt ne ne ich ich kenne das noch dass die einfach aufstehen es kann auch sein dass die einfach ich mach da hinten was und dann werden alle aufstehen es wird so sein ich steh grad was auf irgendwas steht was auf irgendwas irgendwas ist da disgusting inkontinenz in dem jungen alter was macht die musik mit mir so geil wie hier wieder alles alles spricht schlag mich so ein kleiner wind der durchweht so ein kleiner wind der durchweht risse green of time risse oh gott ich schlag zuerst da durch was ist denn da draußen krasse gänge ach Gott wo soll ich hin das sieht eher so aus als würde es da weitergehen chillmusik chill ja zweimal wird es mir schon vorgemacht und ich geh nicht weg wenn es stirbt selber schuld oh gott ich geh mir zu schnell auf loot raum mit einer munition ich hab richtig viel schutz jetzt okay da kann ich anscheinend rein auf einer anderen seite da ist einer auf jeden fall drin hier lass mich in ruhe oh gott so viele es sind so viele zum teufel aber ist das nicht da der gleiche raum wo ich jetzt grad durchgebrochen wäre fast schüsse wer wo wer 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 ist der elder jingle da 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 machen wir gleich ok also hier ist auch hier brauchen wir einen Schlüssel also muss ich durch die wand durch Als ob man das nicht wegschieben kann. Ich wusste es. Wann ist es das? Das ist doch der Raum, den ich gerade aufgeschlagen habe. Nee, ist es nicht. Doch ist es. Interesting. Ich habe das Gefühl, später werden alle Gegner hier wach. Und ich muss mich hier durchschleichen. Und deswegen gibt es diese ganzen zusätzlichen Wege. Da wäre ich gar nicht weitergekommen, weil der Schrank davor steht. Wo kommt die Musik her? Okay, langsam habe ich auch ein paar Heile-Items. Entschuldigung, Items. Was ist das für ein Raum? What? Da oben? Crazy. Hat es da jemand hingehängt? Im Sinne von so damit man das nicht ausmachen kann. Dass er immer hört, wenn was kommt. Und die Tür ist verriegelt. Wenn die Tür aufgeht, droppt es runter. Hä? Verstehe ich nicht. Aber okay. Was geschieht hier? Hm, was muss ich hier wohl finden? Okay. Fettes Ventil. Rad. Jetzt sind wir wieder draußen. Eieieiei. Eieiei. Oh. Ich dachte gerade, irgendjemand schießt mir Maschinengewehr auf mich. So viel Funken. Bist du am Weinen, James? Soll ich dich ein bisschen heilen? Na gut. 306. Jawohl. Ventil. Achso, jetzt kann ich das andere Ventil wegnehmen. Aber was macht dieses Ventil? Bin ich auf der anderen Seite? Grammophon, ja. Warum ist da ein Kreis eingekreist? Ah, die Karte ist creepy. Aber was? Soll ich das jetzt einfach wegnehmen? Gedrückt halten. Steht für mich. Das war klar, ne? Das war klar. Und von allen Seiten jetzt. Ich hätte gucken sollen, wohin ich laufe. Gar nicht. Scheiße. Okay, offensive. So schlecht. So schlecht. Alter, der explodiert doch. Offensive. Wir brauchen die Offensive. Jetzt kommt es ganz krass drauf an, wo ich bin. Weil wir hier waren. Nie ein Speicherpunkt. Ich bin am Anfang, ne? Okay, ich bin in den... Okay, es gab ein Autosave. Nachdem ich in den zweiten Stock bin. Okay. Aber... Ich glaube, das war's für heute, meine Lieben. Ich hätte jetzt noch weiter gemacht, bis ich hier raus bin. Aber der Tod sorgt jetzt dafür, dass ich das nochmal alles machen muss. Weiß nicht so viel. Aber vier Stunden reicht erstmal. Ich mach das jetzt immer mal wieder in den Nächten weiter. Ich kann euch nicht versprechen, wann und wie regelmäßig. Schon. Ja, ich hätte noch ein bisschen weiter gemacht. Aber jetzt... muss ich nochmal da durch. Und ich muss krass auf die Toilette und... Und, 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 und... Und, und, und... Einfach, ne? Es ist halt so. Es ist halt manchmal einfach so. Es ist halt einfach manchmal so. Man kann nicht alles haben. Man kann nicht... Aber ich find's sehr cool. Sehr anstrengend, ehrlich gesagt. Sehr anstrengend. Sehr hart. Also was heißt sehr hart, aber... Ich bin zu dumm. Ich bin zu ungeduldig, um gegen die Gegner richtig zu kämpfen. So von wegen... Ausweichen. Ich probier's. Also es ist sau schwer, in den... engen Gängen, denen auszuweichen. Es fühlt sich minimal unfair an. Aber nicht wirklich. Man könnte einfach vorbeilaufen. Und das sorgt dafür, dass man sich so hilflos fühlt. Weil wirklich ein Gegner ändert alles. Deswegen... Und der Soundtrack ist gut gemacht. Das Einzige ist wirklich, dass die Grafik hier und da ein bisschen... Fehler hat. Aber nicht schlimm. Und meine PS5... Ist auch nicht laut. Also die ist noch nicht mal irgendwie sich am Anstrengen. Ich weiß nicht, wie es auf dem PC ist, das Spiel. PS5 läuft aber gut. Steuert sich gut. Es ist klobig. Aber es ist absichtlich klobig. Es muss klobig sein. Man steuert einen... Man steuert keinen Leon-Polizisten oder so. Man steuert einfach einen Dude. Die Story ist seltsam. Dann gebe ich euch jetzt rüber zum Dito. Wenn wir schon mal so spät hier sind. Der macht auch Horrorspiele immer. Mittwochs und Donnerstags. Und das macht er gerade auch. Leute, vielen Dank fürs Dasein. Ich sag gute Nacht. Wir sehen uns morgen Mittag wieder. Und vielleicht dann nochmal nachts. Habt euch wohl. Ich hoffe, der chillige Horror-Stream hat euch gefallen. Und bis morgen. Bussi, Bussi, Bappappapp.